Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elias. Ich bin ein großer Spaß und ich sehe dein Video auf YouTube. Und damit, meine lieben Freunde, würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu... Dich nervt dich immer richtig, oder? Also diese Intros, aber du hast eine coole Stimme. Dankeschön, Mann. Du auch. Ich mag auch deine Stimme. Also du hast eine echt richtig coole Kommentatoren-Zümi-Stimme. Ich nicht, ja. Ich bin leid, ich komme über das Gaming. Bei mir gucken alle Leute zu, wegen das Gaming. Bei dir wegen der Stimme. Scoreboard. Top 18, sag ich doch, weil ich fackig Macher bin. Ja, stimmt. Top 18, so. Stadanova, Romatra, 61 Punkte. Cousin, Papa, Platte, Kahn, 62 Punkte, 17. Dieser King, Phil, Solution, Magic, Kahn. Ja, bin ich ein bisschen enttäuscht. 16. Da sind sie nur. Ich dachte, die wären besser. Dr. Freight, JG Hype, auf der 15. Rick, Flying, Uwe, Drew, 14. Kuba, auch enttäuscht, meiner Meinung nach. Dachte, die wären auch weiter oben. 13. Kuba, Simon, Leon. Rohatimmel, Kryl, auf der 12. Aber da könnte es eventuell noch weiter nach oben gehen. Die haben heute noch sieben Runden im Chat. Es ist rein theoretisch möglich. In einer Runde haben gestern Leute 50 Punkte geholt. Oh, das ist so geil, Digga. Das ist die Animation. Ja, an mir das ist ein Top. Pablito, Anagazins, Mignob. Das ist auch komisch, dass die da sind, ne? Das ist falsch. Auch komisch. Digga, dass die Neunter sind. Die haben aber einen Win geholt. Shanti, Drexler und Robnick. Da hast du, du hatest die ganze Zeit das Team. Die sind 8er. Ich darf die haten. Ich dachte, die sind gut. Also, die sind gut. Ich darf die haten. Trimax, der Nico und Lame Top 7. Und da geht es um 50 Subs, Chat. Ich meinte, vor allem, dass sie auch noch genau 7er sind. Ich meinte, sie werden in die Top 7 kommen. Er meinte, nein. Wir haben um 50 Subs gewettet. Und ich beliefern die. Erster Platz 25.000. Zweiter Platz 12k. Und der dritte Platz bekommt auch 6k. Pro Win gibt es 600. Und der lasteste Clip wird auch 600 Euro sein. Ja, Chat. Die ersten gehen hier mit 8.000 Euro raus. Pro Nase. Pro Nase. 8k. Damit kannst du dir... Genau. Also, Format. Meine lieben Freunde, ihr seht das ja gerade schon. Wir wurden schon rüber geschaltet. Erster Tag waren 7 Runden. Jetzt in dem zweiten Tag wird es wieder 7 Runden geben. Die ersten 4 Runden heute auf meinem Kanal. Das heißt, wir spielen 4 Runden. Und danach hosten wir rüber zu Eli. Machen dann die nächsten 3 Runden, wo das komplette Finale auch zu sehen ist. Die Highlights aus dem heutigen kompletten Tag landen bei Eli Morgen auf dem Kanal. Also, auf dem YouTube-Kanal. Die ganzen Highlights von gestern sind heute schon auf meinem Kanal gelandet. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und also, für Leute, die es verpasst haben oder die sich nicht alles reinziehen können. Auch mal voll auf YouTube da lassen. Genau. Das ist auf jeden Fall der Plan, Chat. Wir hoffen, dass ihr Bock habt. Es sind auch wieder 30.000 Menschen da nach 20 Minuten Onlinezeit. Lehnt euch zurück. Heute wird das große Finale stattfinden. Wir werden heute wissen, wer so gesehen beim größten Deutschland-Creator-Event sozusagen, also noch nie gab es so viel Preisgeld, mit wer sich da die Earnings holt. Alright, wir gucken uns mal die Top 18 bis 33 an. So, Top 18 haben wir euch ja gezeigt gehabt. Wir gucken jetzt die 19. Was ist sowas her? Hey, GameStop. Warte mal. Du bist zu GameStop rübergefahren? Du bist zu GameStop rübergefahren? Du bist zu Game... Das ist mein Glücksbringer jetzt. Mit U. Ah, ich kann keine Umlaute aussprechen. Das geht nicht? Sag mal vorwärts. Was soll ich sagen? Vorwärts. 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 Sag mal rücken. Nicht lachen. Sag mal rücken. Rücken. Nein, das meint... Nein, nein. Nein, ich habe eine Ess-Laut- und Umlautstörung. Ich kann das nicht so richtig aussprechen. Echt? Und wenn du dich konzentriert... Sag... Ü. Ü? Wurgelig. Wurgelig? Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, Rosi. Also ich... Okay, du bist dann... Bin ich der Bad Cop und du bist der Good Cop? Ja, ich sage, das ist nicht schlimm, weil ich habe auch extrem heftige Probleme. Ich sage, ich habe sowas ähnliches, nur nicht mit Umlauten, sondern bei mir verwechseln sich die Wörter ganz oft. So ich kann schwierig so... Die Reihenfolge der Wörter, wenn ich viel geredet habe, verwechseln sich manchmal. Okay, meine lieben Freunde, wir gehen rein in die achte Runde von 14. Das ist die erste Runde des Tages und wir sind direkt drauf auf Fix, Shusei und Willi. Ach du Scheiße, das ist Papa Platte. Und er hat sie geholt. Ich war ja so überfordert. Er hat sie geholt. Fucking Papa! Shit on Papi! Jetzt musst du Gas geben auf die Zone. Das ist noch 100 Sekunden, das geht's nächstes Mal schön aus. Oh ne, er muss loslassen. Oh mein Gott! Wenn es mag einfach genau so, machst du gut, machst du gut. Komplettes Team. Nein, nein, sie werden ihn pushen. Oh mein Gott, das war smart. Zauber. Loslassen. Ja. Fick ihn. Jetzt loslassen. Nein. Ah, Digga. Ah! Es ist vorbei, es ist vorbei, der Offizier ist. Ja, der hat ihn gebrochen. Emote-Chat bei jedem... Nein, 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 auf Kacke. Nein, so schnell, so schnell kannst du ja gar nicht reagieren. Ich dachte... Oh, Vadial! Vadial wird von Shanti geholt! Und du hast gesagt, das sind Bananen. Und da können... Ist Vadial nicht sogar bei Wave? Ja. Ja, da können sie kranken. Ja, keine Ahnung. Äh. Ja. Aqua, Timo und Konrad Leimer dead. Alle drei dead. War's gut. Ich hab... Ey, darfst du nicht runterlegen. Früher in meiner Wohnung wurde ich mal von kleinen Kindern gemobbt. Geh, 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 geh. Wegen meiner Brille. We talk. Oh, warte mal, Alter, ist over. Guck mal, das... Die sind zu dritt, ja? Alle haben 250 Schleben. Fünf Sekunden später sind zwei dead und Kuba ist One-Shot. Fand doch gar nicht so. Es ist krass, wie schnell das geht, ne? Alle müssen genau unter dem sein. Irgendwann wird es einen Moment geben, wo ich komplett kracht. Jetzt kracht. Was ist der? Ich würde oben bleiben und mir save meine Placement-Punkte erst mal holen. Lass weit ihn gehen, lass weit ihn gehen, komm mit. Nein, nein! Top Deck hier. Top Deck hier. Top Deck hier. Top Deck hier. Nein, Max bleib oben. Max bleib oben. Max bleib oben. Top Deck hier. Hä? Warum sind die nach unten gegangen? Warum geht die hier nach unten? Warum geht die hier nach unten? Habe ihn? Noch? Nein. Nico, hier noch einer. Der Solo hier. Der oben. Über die, über die. Die holen nicht hin. Die holen nicht hin hin hin. Der letzte, der letzte, glaube ich. Wobei, warte. Eins gegen eins. Mach safe, mach safe. Du kannst es schaffen, Nico. 1 gegen 1. Hey, was ist das denn? Der ist oben drauf. Der ist oben drauf. Let's back to Patronum. Warum macht er das? Der ist hier direkt. Live-Mark. Er ist hier. Er ist hier. Er ist hinter mir, hinter mir. Hier. Da ist er drin. Dings. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Let's go, Jungs. Let's go. Ey, Leute, wir haben es doch gesagt. Weck to back. Ihr seid die Besten, Jungs. Wir haben das Momentum. So, Glück gehabt. Es war nicht smart. Es war nicht smart, dass sie runter gehen, aber sie haben es trotzdem gut gemacht. Sie haben trotzdem sehr, sehr, sehr Glück gemacht. Go, Jungs. Ey, herzlich Glückwunsch, Jungs. Ey, ich nehm alles zurück. Ne, ich nehm einfach alles zurück. Jungs, ihr seid mein Pferd. Ihr spielt das super runter. Wir haben auch Ansagen back to back. Also? Ihr seid mein Pferd. Ihr spielt das super runter. Wie viele Kills hattet ihr? 12. Ich hatte 6. Weiß ich nur. Ich hatte 17 Assists. Max, danach hat's keiner gefragt. Aber ihr habt den Topf der Gier gespielt. Ihr hättet oben bleiben können. Ihr hättet da oben bleiben können. Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Man muss wissen, was man kann. Mike Tyson hat auch nicht nur in der Deckung gekämpft, Jungs. So ist das wirklich. Das ist der typische Brauchter 9. Payne, Matze sind mit Sub-K jetzt drinnen. Shanti drechs auf Obnick. Die ganze Zeit da Top 8. Umut jetzt einen Platz mit Hugo und Riesen runtergerutscht. Trimax holt die ein. Boah, sogar dick Punkte Abstand. Und jetzt sind sie halt dran, ne? Jetzt sind sie an den Earnings dran, ne? Jetzt sind sie sehr nah dran an den Earnings. Mhm. Sehr nah. Es sind nur noch neun... Ne. Elf Punkte. Elf Punkte bis zu den Earnings. Oh, da wird gefightet. Da kracht's. Da kracht's. Sie kommt nicht da hoch. Da kracht's. Oh, sie schafft's. Scheiße. Es soll sich das. Aber gute Hits. Zwei gute Hits. Oh, Digger. Oh, Digger. Oh, Digger. Ne, loslassen. Sofort loslassen. Nein, nein, mach's nicht. Warum hieß der denn nicht? Ey, es ist ein Bad Pro, es ist ein Bad Pro. Digger, 5 HP. Ich würd rausquitten. Das ist respektlos. Welche Wichser sind das? Welche Wichser sind das? Nein, nein, nein. Scheiße. Wer war das? Wer war das? Polster. Mit wem sind die in einem Team? Wer ist Polster? Diese Bastard. Die verborgen mich. Das letzte... Der Gegner, Mann. Monik, ist da direkt neben dir, Bro. Das ist halt Wahnsinn. Vielleicht für ein Magazin, ne? Ja. Ne, nicht als... Ach, komm. Okay, als Beifahrer, ja. Ist das gut? Ja. Das ist gut. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Wer hat ihn halt gehabt. Es war halt einfach... EIN HP. Jetzt scheiß sie dich an. Ah, dieser Waschmust ist sogar tot. Ja, ich sag doch. Ich hab so viel Damage gemacht. Oh, ist ein Bruch. Ist ein Bruch. Robnik. Robas Team. Nova. Romatra und Kato. Äh, Kato dead. Nur noch Romatra. Ist vorbei. Und weg. Romatra tot. Kato tot. Und Nova tot. Die sind halt alle gerade wieder defensiv am Start. Alter, das ist geil. Mit der Drohne. Oh, von oben. Robnik. Ich glaub das ist Sydney's Team. So Sydney rüberscheiden. Mann, alles umsonst, Digga. Warum ist die Zone immer bei Lonely Labs? Obwohl, die haben echt ne geile... Komm, komm, komm. Hinterm Tilt, komm, komm. Was ist das? Guck mal, guck mal. Es kracht bei Hugo. Hinter uns, hinter uns Jungs. Ja. Oh. Ja. Ja. Harter. Dieser Kickbill. Nee, nee, kann er nicht. Ich werd da runter plumpsen. Glaubst du mir? Ja, ja, ja. Ich werd da runter geplumpsen. Was macht er da mit diesem Plan? Die gehen in die Zone. Oh mein Gott, das ist so smart. Ist so smart. Ist so smart. Wie ein Fisch. Wie ein Fisch. Wer war das? Das war Lil Zetsky. Boah, jetzt wird's kacken. Die müssen dort auf den Bus schießen. Schieß, 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 schieß. Oh mein Gott. Medi tot. Medi tot. Deluxe-Gameplan. Nickel ist tot. Hä, wie haben die ihn geholt? Oh mein Gott. Boah. Jetzt stand Ws, weiß ich noch nicht. Doch, doch. Wie sollen die da hochkommen? Wie sollen die da hochkommen? Guck mal da um. Oh mein Gott, da ist einer. Stompi. Stompi, schon wieder so weit gekommen. Das ist der von Medi, oder? Nee. Nee, nee, nee. Von Big Spin. Das ist fast rookie, das ist fast rookie. Geh nicht auf den Reifen, bitte. Das ist 3 gegen 2. 3 gegen 2. Wie willst du zogen? Das ist fast rookie. Runter, runter, runter. Ja, komm. Ws. 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 Let's go. Aber das konnte man nicht verlieren. Digga, das war vor vier Minuten klar, dass sie das Ding... Vor drei, vier Minuten. Das ist fucking gut, ey. Aber GG's. Go. Nice. 600 Dollar. 600 Dollar. Und du hast sie gefronted. Du hast sie gefronted. Ja, lass uns rein da. Alle Teams, die Ammar fronten, performen. Hallo? Was geht, Ammar? Sie sind mir noch scheiße? Ammar, sag jetzt, wir sind nicht scheiße. Ammar, sag's jetzt. Okay, ich gebe offiziell zu. Ihr seid... ...nicht scheiße. Let's go. Ja, das reicht, das reicht uns. Nicht scheiße. Robnitch, du bist sowieso nicht scheiße. Du bist krass. Robnitch, Robnitch, Daddy. Ja, aber das ist... Er carried mich komplett. Er carried so krass. Er ist so krass. Digga, das ist so heftig. Er hat so krasse Calls grad gegeben. Wir gehen da nach links. Das ist nicht zu zweit. Dann hat er seine Throne... Ja, ja, finden wir auch, Jungs. Digga, ist das geisteskrank, Digga. Also das ist so ehrenlos auch. Das musst du ausstellen. Das geht nicht. Das ist geisteskrank. Das bleibt immer. Das kracht aber euch. Ihr müsst euch vorstellen, wir hören das durch euer Mikrofon, durchs Headset. Ja, das muss so laut sein. Digga, es ist so laut. So, Top 10. Ne, Top 18 sogar jetzt hier mal für euch. Top 18 jetzt mal, Chad. Okay. Aha, die sind auf jeden Fall... Willi ein bisschen weiter vor als vorhin. Denny dafür runtergerutscht. Wir können nicht jedes Team ansehen. Eldos, Eldos auch, seitdem die da einmal den Wunen geholt haben, auch wieder etwas schlechter performen, muss man sagen, ne? Payton, Matze, super... Aber abgerutscht. Die sind ein bisschen abgerutscht. Pablito, Anna und Mignum. Ich geb wieder nen Shoutout. Also, dass die die ganze Zeit irgendwie noch Top 11 sind, das ist schon sehr, 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 sehr krass. Meiner Meinung nach. Oh, Tim McCryl, 10. Digga, die Grab ficken! Die Grab ficken! Die Grab will mich ficken! Wie geil ist das denn? Kuba! Guck mal, jetzt performen sie. Neunter. Sie sind jetzt zum ersten Mal in der Top 10. Dann Umut, Hugo und Wiesen, 8. Trimax, Nico, Lame, 7. Sind einen runtergerutscht wieder. Weil sie jetzt gerade kaum Punkte gemacht haben. Bro, sie haben kaum Punkte gerade gemacht. Ey, mach doch dein Team nicht fertig. Shanti, Drexler und Robnick sind jetzt auf der 6. Kaisar, Robin Hack und Frey, 5. Waren mal zwischenzeitlich auf der 2 oder 3. Kaisar, Hack und Frey. Reapers, 4 mit seinem Team. Und es ist immer noch auf der 1. Hanky, Big Spin, Stompy. Chef Strobel, auf der 2 mit Stylas und Flixi. Und Medi, Steve und Big sind in den Erdnigstadt jetzt. Sehen die uns gerade, wo wir sind? 130er Puls. Loslassen. Wegschwimmen, wegschwimmen, wegschwimmen. Oh mein Gott. Lass abhut. Lass abhut. Nein, du bist das. Wegschwimmen. 140er Puls, Chat. Welcher Huren? 150er Puls. 150er Puls. Fick dich, Rohat. Fick dich. Mann. Sie ist immer noch sauer. Digga, sie beruhigt dich nicht. Sie beruhigt sich nicht. 150er Puls. Warum ist Musti so leise? Digga, Musti. Oh mein Gott. Er holt rigged. Schön. Stell dir mal vor, du hättest mit einem Tfio spielen müssen. Wär aber sehr lustig. Wär witzig, aber du hättest nicht mit ihm reden können. Doch, safe. Nein. Bro, 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 push, push, push. Nice. Nice shit. Nice shit, bro. Ich würd safe mit denen mich kommunizieren können. Loslassen. Scheiße. Digga, diese Matze tot. Matze tot, Payne tot. Die sind gerade, glaub ich, irgendwie Zehnterplatz oder sowas. Matze, Payne tot. Waren Zehnter. Doch, doch, doch. Sechsen. Ne, ne. Loslassen. Reapers wieder mitten im Kill. Ich guck grad, wo Feits sind. Janis Zett. Sidney. Sidney, gute Position. Lost Trimax holt Phoebe. Hört auf ihn. Hört auf ihn. Junge, alle sagen was anderes. Da wo du lachen wolltest, es waren direkt welche. Das war dumm. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ich war auf dem Berg, da war niemand. Willi wieder in der Watch-Party. Willi oft in der Watch-Party heute, Chat. Timo, Werner. Die leben. Sidney auch tot. Sidney tot. Lebt Werner noch. Er ist gerade gestorben, aber ich glaub, deren Team lebt noch. Sidney gefinished. Sidney wieder nicht im Endgame. Aber die werden's holen, Chat. Die haben High, sind in der Zone drin. Oh, sie werden gepusht. Sie werden gepusht. Oh, ich kann nicht, Jungs. Ich muss runter, ich muss runter. Können die runterkommen? Ja. Einer ist hier im Boot. Boah, sie geben Position auf. Trimax wird sterben. Trimax tot. Also, nee, ich hab mich nicht gefreut. Trimax tot. Boah, die haben Position hergegeben. Wash Musti, Kamikaze ist noch am Leben. Focus Lame lebt immer noch. Die haben sogar Position. Robin Huck mit Kaisar. Also ich sag, ja, die holen den Win. Lame und Nico oder Kaisar holen den Win. Nee, Stress. Stressig. Oha. Ja. Gut. Haben, 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 haben. Da oben ist einer. Splash mich, splash mich, splash mich. Splash mich, splash mich. Ja, Daddy. Sie geht rein, sie geht rein. Sie geht rein. Oh, die Schelle. Ja. Schöner Hit. Oh mein Gott. Eigentlich hat er ihn. Wehe, 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 wehe. Oh nein. Bitte hol ihn. Das ist der Nico, das ist der Nico. Es ist der Nico. Guck mal. Ja, 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 ja. Top 4. Digga ist nicht Top 4, es leben noch. Es leben noch. Sie sind Top 2 oder Top 3. Welche Teams? Ich weiß nicht, welche Teams. Ich weiß es auch nicht. Ist aber nicht so richtig gerade. Oh mein Gott. Aspecto, Aspecto gleich. Aspecto. Aspecto. Aspecto Patronum. Warte mal. Der Nico. Wer hat den Ringo holt? Hä? Klepp bei Kaisar, Kaisar hat gewonnen. Ich habe es gesagt. Hä? Das ist Trimax Team, Bro. Nein, Kaili. Warte mal. Kaili Team muss sie. Alleine. Kaili hat gewonnen. Es waren hier gerade drei, das war übertrieben komisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat ein bisschen. Äh, äh. Canem Benem. Salamu Aleykum. Salamu Aleykum. Äh, sel chok chok güzell. Wie geht's euch Jungs? Chok güzell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Also Jungs, da sieht man, dass ihr es könnt. Wie viel da wart ihr vor der Runde? Ihr wart doch irgendwo im Mittelfeld, oder? Ich war ein Gefühl letzter. Sieben. Warte mal. Aber das ist, das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Neunundzwanzigster. Neunundzwanzigster. Sie haben als neunundzwanzigster gerade den Win geholt. Ich weiß nicht, ob ihr es musstet, aber ihr habt schon mal Earnings safe. Safe. 600 Euro. 600 Euro. 600 Euro. Ihr nehmt euch keiner mehr. Außer das Finanzamt. Ja, aber Kaili, du warst alleine, ne? Also Musi, wir waren so lange drauf, bis Musi gestorben ist. Jaja, und dann, ich war irgendwie alleine, und da hab ich mich irgendwo und nirgendwo... Ich war einfach offen am... Du warst doch da irgendwo auf dem Berg, hinter so einem Stein. Ja, ich war auf so einem Berg, das hat eigentlich jeder gesehen, aber auch irgendwie niemand. Das war voll weird. Kurze Frage, wie viele Earnings hast du in FIFA, Musi? 60, 70k. Oh, echt? Ach, so viel? Ja. Wie viele davon gehen in meine Tasche, Musi? Sag's den Leuten? Alles. Alles, was er gewinnt, in meine Tasche rein. Geil. Geil, so muss es sein. Wie ist es bei dir, Drecksfüßer? Also, ich hab nur ein Fortnite-bisschen. 4k noch von früher. Wow, wow, wow. Ah, nur ein bisschen? Ja, halt so Wager, CMG. Ah, ja. Guck mal, Eldor schreibt Samstag Tisch auf deinen Nacken. Mir egal, ist das geisteskrank. Eldor, bitte sehr leise. Drecksfüßer ist einer der wenigen, oder ist er der einzige Twitter-User? Der einzige Twitter-User, den wir dabei haben. Ah. Und jetzt auch mal an alle, die ganzen Twitter-User da draußen. Macht mal bessere Memes und dann kommt ihr ja auch ins Turnier rein. Aber Dankeschön auf jeden Fall für die Einladung. Geil, geil. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass es noch fad ist. Danke für die Einladung. Du als Haupt... Twitter ist ja deine Haupt-Social-Media-Seite, ne? Ja, genau. Würdest du sagen, Twitter oder TikTok ist toxischer? Ich sag dir ehrlich, TikTok. Aber Twitter ist halt so, dass verschiedene Bubbles dich komplett abfacken können. Und das ist dann schon ekelhaft bei Twitter. Aber, das kann euch egal sein, weil ihr habt hier ein Win-Gold und reiht euch in die Reihe der Gewinner ein. Und 72.000 sind hier. Holt eure Schwestern, eure Mütter, eure Brüder und eure Väter und eure Freunde ran. Und Cousins. Und Cousins natürlich. Wir haben heute hier einen schönen Abend. Geil Abend. Wie das ist, dass hier so viele am Start sind. Es ist so krass. Erstmal Top 18. Das ist so das Mittelfeld, Freunde. Ich sag kurz, Uwe und Rick, ich hab's so in euch beliebt. Real Talk. Ich hab sogar Geld darauf gesetzt, dass ihr in den Top 10 bleibt. Ich würd mich auch sehr freuen. Ich hab grade zu euch rüber geschaltet. Ich hätte mich sehr gefreut über die Top 10. Die waren am Anfang sehr gut dabei, ne? Ja, ja. Sehr, sehr gut sogar. So, was passiert hier? Hier ist sehr viel gleich geblieben, meiner Meinung nach. Ja, ja. Hier, das setzt sich grade alles ein bisschen ab, muss ich glaube ich sagen. Kuba. Mit Simon und Leon. Top 9. Umut. Da kommen auch nicht mehr weg vom Fleck, find ich. Trimax. Sechster. Du musst 50 Subs da lassen. Du weißt das. Weil ich in meine Jungs beliebt habe. 50 Punkte haben die Abstand, Digga. 50 Punkte. Reapers wieder. Also die... Guckt euch das an, Chat. Es wird krachen. Und wir haben einen neuen ersten Platz. Mach mal jemand... Warte, warte, warte. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Nein. Also, Jungs. Sidney und Willi. Ich werde gleich mit euch reden. Medi ist auf der 1. Und ihr wisst, was das heißt. Er wird euch brechen. Er wird euch brechen. Ich sag es euch öfter. Aber er brecht euch. Er brecht euch einfach durch die Mitte durch gerade. Also der Trashtalk war unglaublich. Und er ist erster Bro. 25.000. Als erste Idee. Erstmal habe ich... Haben wir Papa Platte in die Hosentasche. Shit on Papi. Dann machen wir Papi weg. Wer kommt immer? Unser kleiner, geistriger Freund aus Wien. Und schießt die ganze Zeit auf uns. Und ich bin nur außerhalb der Zone. Ich habe nichts mit dem Spiel zu tun. Okay. Ich spiele Forrest Gump länger über Leben. Ja, ich verstehe das. Ich kann das verstehen. Das ist vielleicht ein bisschen scheiße. Aber es ist... Eli, ich hab... Also, du kennst mich. Meine Moral ist echt nicht schlecht. Aber ich sitze sehr schief in meinem Stuhl. Ich seh das. Ich seh das gerade an. Ich seh das. Ich seh das. Ich seh das. Also heute ist... Kommt jetzt die vierte Runde? Jetzt ist die vierte. Ihr habt noch vier Runden. Ja? Um so wie gerade das zu machen zum Beispiel. Ähm... Musti hat gerade mit seinem Team Win geholt. Bro. Die haben 600 Dollar gewonnen. Also die Fallhöhe ist extrem tief gerade bei den meisten. Aber... Ihr könnt auch in einer Runde die Earnings holen. Das solltet ihr... Das solltet ihr auf jeden Fall nicht außer Aten lassen. Weißt... Weißt du denn als... Und auch den lostesten Clip. Ja. Chef Strubel landet ja zufällig immer gegen... Äh... Neben Trimax, ne? Ja. Wo landet denn zufällig Wildi? Ich halt mich da raus, ne? Hi. Jungs, 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 Jungs. Und Mädels. Und Mädels. Wie fühlt ihr euch? Also ohne Witz. Wir sind oft bei euch drauf. Und sehen aber selten ein Endgame. Ja, es sieht immer gut aus. Aber wir haben fast jede Runde Max-Dissens Zone. Die Zone ist immer oben rechts. Die Zone ist natürlich an der Seite. Immer Lonely Laps. Immer oben rechts. Wir landen unten links. Also Lea, sag doch mal so. Wie fühlst du dich in der Konstellation die ganze Zeit? Wie sind so Jannis und Sidney so? Sind die nett zu dir? Ja, unnormal. Unnormal. Okay. Sag Jannis hat double your wrist. Jannis hat double your wrist. Ich hab die Oliven-Story gehört. Mir wurden richtig viele Tipps und Tricks beigebracht. Warte, warte. Für was? Er hat dir die Oliven-Story erzählt? Ja. Hat er dir die erzählt, die er mir auch erzählt? Okay, dann erzähl mal. Ähm, die mit dem Baby. Ja, ja. Ja, dass er als Baby damit immer eingerieben wurde. Ach so. Weißt du, was er mit dem Oliven macht oder nicht? Ja. Die als Baby. Ja, genau. Es ist gut für die Haut. Es ist gut für die Haut. Sonst nichts. Nur, dass es gut für die Haut ist. Ja, und sonst Medi. Ja, ich kann es selber nicht machen. Er ist erster. Er ist erster. Ich weiß nicht wie. Also das ist echt krass. Ich check nicht, wie die immer ins Endgame kommen. Ja, das ist halt, die spielen gut als Team. Die spielen gut als Team. Also ich sage es auch immer wieder, Freunde. Hier sind so welche, die sagen, ja, hier, das Team ist voll unfair, Bruder. Diese Teams performen nicht. Das Wichtigste bei diesen Dreierteams, wo auch ein Pro dabei ist und dann zwei Creator, ist, wie du als Team zusammenspielst. Ich sage es dir. Ich spür es dir. Es ist einfach so. Es gibt hier Teams, die haben so gesehen, aimtechnisch und so, das Beste, also viel, viel besser als die anderen. Ja, auch sowas. Die performen nicht, die Teams. Die performen nicht. Es geht darum, wie man als Team spielt und die wichtigste Rolle ist der IGL. Es gibt ein Update bei der Tabelle, Chad. Vielleicht ändert sich doch was. Ach du Scheiße, wir zeigen euch das kurz. Aber es hat sich nichts geändert bei der Platz-1-Platzierung. Fugus Riesen und Hugo beide tot. Ich glaube, die werden auch loslassen. Nein, Uwe. Boah, da kracht es komplett bei denen gerade. Oh nein. Uwe! Uwe macht einen Kill. Hier kracht! Hier kracht! Wir müssen wahrscheinlich killen. Wollen wir die pushen, Jungs? Müssen wir. Müssen wir. Komm, komm. Trimax wieder mit zwei Kills. Mein fair, Chad. Nee, nee, ist over. Wird over sein. Wird over sein. Oh, einen hat er, aber er ist One-Shot. Ja. Oh mein Gott. Sie verspielen's. Digger! 22. Reapers gekillt worden. 50 Leute schießen auf uns, Alter! Der Spectator. Du bist der Spectator. Ich bin der Spectator. Der Spectator. Hast du's? Hast du's? Ja, genau. Boah. Die haben's überlebt. Das Leben noch nicht. Jetzt wird's hektisch. Ja, ja. Ruhig. Erstmal ruhig. Von deinem Pferd hör ich noch nix. Mein Freund. Mein Pferd hat schon sechs Kills, Bro. Die haben sechs Kills gemacht. Schon mal zwölf Punkte. Und machen jetzt den siebten. Siebte Kill. Das ist mein Pferd-Chat. Wenn Trimax und sein Team in die Top 7 kommt, dann spendiert uns der großzügige Armaha 50 Gift-Hubs. Und zwar heute noch. Das sag ich dir. Weil ich ein netter Mensch bin. Ja. Willi noch alive? Ich hab Schild. Ich hab Schild. Got it. Zum ersten Mal in Endgame? Geht in den Busch. Zum allerersten Mal, Digga. Nach elf Runden. Boah. Komm mal da, 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 da. Osten, 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 Osten. Ich hab mir gerade weg. Die Osten. Die haben schon vier Kills. Okay. Nock. Nice. Nice. Ficks man Kills. Nice. 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 Und Vorsicht. Chef zu dem Strobel. Sidney lebt auch noch. Sidney lebt auch noch. Sidney, Willi, beide am Leben. Crack. Da, 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 da. Da, da, da. Es ist so kass. Er ist freut. Er holt. Das ist die Rafe. Das ist die Rafe. Das ist die Rafe. I'm sorry, bruv. Das ist so unnötig. Ich kürze deine Augen, Bruder Herz. Du musst was machen. Ich bin dead. Boah. No. Hier kracht's komplett. Wir brauchen gleich auf jeden Fall den Aspektum. GC, mach noch nen Busch. Noch nen Busch. Nein, nein, nein. Das ist over. Digga, was macht der Tisch? Überleb, überleb, Bro. Überleb. Emzy, wir müssen gleich das Aspektum, ne? Über dir sind welche. Warte mal, warte mal. Der belebt den. Der belebt den. Vielleicht wenn die gleich doppelt. Doppel. 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 Oh mein Gott. Bro, sie schafften das. Verschießen das. Und jetzt hoch, Dingshan. Guck mal, wie viel HP da hochgeht. Guck mal, wie viel HP da hochgeht. Guck mal, wie viel HP da hochgeht. Ich halte. Cheese. 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 Guuuut. Nein, Willi ist wieder tot. Willi ist wieder tot. Die sind wieder tot. Die sind wieder tot. Die sind wieder tot. Was macht denn Willi da? Dings, Jungs. Nicht nur Regan. Nein, nein, nein. Es ist over. Es ist over. Es ist over. Es ist over. Er soll noch chainen. Für Placement-Punkte. Überlebt. Nein, Willi. Jetzt Expectum. Expectum Patronum. Gigi sind die Gent-Familie. Fenix. Zane. Wir haben Zane, wir haben Kaisar. Robin Huck. Robin Huck und sein Team Kaisar. Die könnten, wenn die das Ding hier gewinnen. Niemals. Dann sind sie, glaube ich, erster. Weil Mehdi lebt nicht mehr. Mehdi lebt nicht mehr. Aber Dietrichs. Dietrichs und Mert holen das. Was? Schalt zu Mert. Schalt zu Mert. Ich sag's dir. Pass auf. Wir sind direkt über dir. Dietrichs war da am Leben. Hier. Guck, 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 guck. Hä? Was ist das? Full Trio oben. Full Trio oben. Full Trio oben. Wo ist Mert sein Stream? Mert! Das ist der Stream von Mert. Ja, aber er guckt uns. Expectum. Expectum. Mert, wieso hast du unseren Stream auf Mert? Mert! Ich fass es nicht, Mert. Nein! Du holst! Ich seh ihn mit Ziele. 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 Gewonnen hat Mert. Kaiser hat gewonnen, oder? Wer hat gewonnen? Ich glaube, Kaiser. Kaiser hat nicht gewonnen. Kaiser hat nicht gewonnen. Zane und Kaiser. Zane Kamiklaze. Die haben gewonnen. Zane, Kaiser und Merts Team waren im Finale. Ach du Scheiße. Ich fasse es nicht. Also das ist, ach du Scheiße. Aber, oh mein Gott. Warte mal, warte mal. Ich will einmal zu denen rüber. Aber GGs rein, Freunde. Dicke, dicke, dicke GGs, Jungs. Ich fasse Schwede, weil das wild. Ach du Scheiße. Was habt ihr denn angestellt? Ja, gestern war ich schwerelos mit dem Astronautenanzug. Deswegen hab ich ihn auch an. Astronautenanzug. Schwerelos. Gestern waren wir wirklich gebrochen. Aber heute läuft's gut. Wir haben das auf dem Schirm. Also ihr macht dick Punkte. Und das Wichtigste ist, ihr habt jetzt schon mal die Earnings. Also egal was passiert. Wir können nicht alle sagen, die Earnings sind da. Das stimmt. Ihr könnt aus dem Turnier rausgehen und sagen, ich habe Earnings geholt. Elf Teams maximal. Bis jetzt. Nächmal. Es sind sieben Teams ungefähr. Sieben Teams ungefähr haben einen Win geholt. Und ihr seid einer davon. Stark gespielt. Hallo. Hallo. Hi. Wir werden vom Pech verfolgt. Warum? Wieso hattest du unseren Zwiebel auf? Einmal ist die Zone bei uns, bei unserem Spot. Wir fliegen ja die ganze Zeit dahin. Wir haben ja nur ein Dorf, wo wir hinfliegen immer. Weißt du? Ja. Und die ganze Zeit lag, wir schwimmen. Wir sind da. Die ganze Zeit. Und einmal kommt die Zone zu uns. Ich habe hier so einen Araber, bei dem ich zuhause bin. Er lädt irgendwas runter, Bruder. Keine Ahnung. Mein Internet geht einfach weg, Bruder. Ich nehme dir ein Essen weg. Dein Getränk geht auch weg. Ach, du bist raus geflogen. Du bist raus geflogen. Ja, Bruder. Ja. Ach so. Deswegen hat er unseren Stream geguckt, weil er den nicht mehr zugucken konnte. Ja. Und ich wollte dafür euch gucken, was abgeht. Guck mal, Jungs. Ihr müsst euch vorstellen, ne? Ihr müsst euch vorstellen. Lass mich und ich komplett im Endgame. Ich habe kein Problem. Und Mert und so schreien komplett rum. Ich glaube gar nicht, dass die uns komplett behindern, Dinger. Wir haben uns komplett aufgeregt die ganze Zeit, weil Mert's Kollege dann auch rumgeschrien ab und zu. Guck mal. Die schreit immer noch. Die haben sich gemütet und sie schreit immer noch. Bruder. Das suchen ist dann nichts mehr, dass wir jetzt so punkten, weißt du? Ja, das bringt ehrlich nichts mehr. Ich bin ja eh nur noch auf Episches. Weißt du, wenn ich meine so... Ja, ja, ja. Schade. Das ist gut. Aber Dieter, Dieter macht das, Digga. Dieter macht das. Er holt noch einen Epischen raus, Bruder. Und ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich scheiße, dieser epische... Meine 200 kriegst du, Bruder. Es liegt in deinen Händen. Ich bin einfach nur hier zu ihm behalten. Dieter, du weißt, was das bedeutet. Wenn wir gewinnen, wir gewinnen zusammen. Jeder kriegt seinen Teil mehr. Keine Hörge. Oh, stark. Er ist auch Araber geworden jetzt. Jeder kriegt seinen Haken. Die Musik mag ich auch sehr. 18. Und da bei denen jetzt, da geht es eher so darum, nochmal irgendwo einen Win zu hin. Aber guck mal, sie sind wie auf der... 17. Zum ersten Mal auf der anderen Seite. Aber das bringt nichts. Aber zum ersten Mal sind sie auf dem Scoreboard hier. 17. Platz. Wir sehen sie zum ersten Mal, das finde ich. Guck mal. Dieterichs-Chat. Dieser Mann rechts hat Mert in der Mitte als Bastard beleidigt. Er meinte, du kommst, du bleibst jetzt hier, du Bastard. Und guck mal, Dieterichs und Mert. Guck mal, Dieterichs kriegen auch in 20 Jahren keinen Bartwuchs. Nein. Loslassen. Top 9. Saint, Kamikaze und Phoenix. Weil sie gerade den Sieg geholt haben. Sie nehmen sich 600 mit, plus nochmal die Chance auf die Top 3. Wenn sie jetzt einiger mal... Schwierig, schwierig. Ich weiß, ich weiß, dass es schwierig ist. Aber trotzdem. Mein Pferd ist in der Top 5 jetzt. Sie haben aber gar nicht mehr so viele Punkte Abstand. Sie haben... Lass es. 28... Ne... Nein, hä? 80... Bro, wenn die das choken, Freunde. Trimax muss in die Top 7 kommen. Dann kriege ich von der Bar 50 Gift Subs. 80 Punkte Abstand. Reason, wenn du sie noch überholst und damit auf die Top 8 bringst, gebe ich dir 20 Subs. Reason, wenn du das nicht machst, erhöhe ich dein Gehalt. Einfach. Um 100 Euro. So, pass. Sind wir beim Gleichen raus. Reason, wer ist dein Vater? Reason, wer ist dein Chef? Straf dich! Blut ist dicker als Wasser. Guck mal hier. Hier kracht's. Hier kracht's. Hier kracht's komplett. Ach du Kacke, er hat keine Waffe. Er hat keine Waffe. Er ist tot. Das ist vorbei. Wobei, ich glaube, die landen nicht auf ein... Oh doch! Das ist... Rudi! Wer ist das? Finish, finish. Wer ist das? Ist das Rudi? Ne, warte. Anonym. Das Kind sieht nach Rudi aus, ja. Das könnte, das könnte sein. Zwei Teams. Wir sind ja Sommer, ja. Wir sind ja Sommer, ja. Genau jetzt auf einmal, weißt du? Wir sind richtig durch. Jetzt ist vorbei. Ja, jetzt ist vorbei. Ja, jetzt ist vorbei. Eine wunde FIFA! Da wird die Frau wieder einen Puls haben. Ah, ne. Richtig rein, Chat. Oh Gott. Sidney 14 HP. Sidney 14 HP, aber dafür als Lea und Yannis zockt mit Fuller Speed. Haben sie. Und sie holen alle. Sie holen Rosemounty, glaube ich. Was habt ihr mit den angestellt? Digga, da waren ja drei drin. Die große Puls. 142er Puls. Ey, das gibt es doch. Oh. Landet nicht bei uns! Don't contest us! Mein Gott, Alter. Junge, immer sind wir die Letzten. Was ist denn das? Wohin? Hinterher, hinterher einfach. Boah, guck mal, wie gierig. Guck mal, sie spielen den Top-Deck hier. Du überholt, ihr Stinker! Ja, lasst los, lasst los. Ihr sollt loslassen. Sehr gut. Wie es landet. Sehr gut. Wir landen drinnen. Und rauf da. Low-Einer, 90-weit. Zack! Einkill! Rumatra! Im Haus, im Haus, im Haus. Ich bin hinter dir. Komm her, Stinky. Hinter dir. Komm her, Stinker. Wo läufst du? Ja, bist du doch, ja. Er ist weak, er ist weak. Ja, das ist gut. Er hat ein Schild draußen, er hat ein Schild draußen. Low-Crack-Crack-Crack. 70-weit. Es go! Rumatra haben die gekillt. Sehr gut. Die haben die Kobolde. Und jetzt halt, wo es so um die letzten Punkte geht, da werden die auch nochmal reinschwitzen. Besonders so die Top-8, Top-9-Teams. Big Spin ist tot. Oh mein Gott. Halt's Maul. Die haben's gejoked. Oh, die sind gebrochen. Es sind nur noch drei Runden, Chat. Diese und noch zwei. Eins mal in den Chat, wenn das das Ganze gekämpft. Big haben den Kill. Null Kills. Die holen keine Punkte. Ich glaube, das war's bei den Jungs. Isco spielt jetzt für Union Berlin. Hat bei Real Madrid mal gespielt. Der war auch gut bei Real. Oh, hier wird gefeiert. Umut. Umut, Hugo. Umut, Abi. Kannst du mal Hugo streamen aufmachen? Das ist Hugo. Boah, die choken. Jawohl. Ne, die holen's, die holen's, die holen's. Die haben verkackt. Huizen, dein Mann. Und damit kommen sie nicht ran. Boah, du kannst die 50 Subs so rausrücken. Bei Hugo kracht's auch. Oh, warte. Die sind im Fight. Die werden loslassen. Die werden loslassen müssen. Das ist Medi. Das ist Medi. Jetzt wird's persönlich. Wir sind Sticker. Wir sind Sticker. Wieboi, wieboi. Wieboi, wieboi. 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 Stylers. Oh mein Gott, Bro. Digga, die haben Chef Stromi. Stylers. Ey, es sind alle Top 5 Teams gestorben. Nur noch Medi und Kaisar leben aus diesen Top 6, Top 7 Teams. Erstens Rasenmäher unter 100.000 Zuschauern geht schon mal überhaupt nicht. Und zweitens muss er selektiert werden. Großzügig selektiert. Es ist die drittletzte Runde, Chat. Es wird sehr knapp. Alle Top Teams sind gerade gestorben. Phoebe holt Willi. Aber wir bleiben kurz bei dem Team drauf hier. Von rechts hin. Was ist noch hier? Direkt vor euch, direkt vor euch. Komm runter, komm runter. Seitlich, seitlich. Sie holen einen? Nee, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Ich bin stuck in der scheiß Tür drin. Sie haben... Medi! Medi killt die... Jungs, wenn Medi jetzt hier performt. Guckt euch das an. Wir haben alle Top Teams nach rechts gemacht. Medi ist am Leben. Big Spin tot. Medi am Leben. Trimax tot. Reaper ist noch am Leben. Kaiser noch am Leben. Okay, warte mal. Sie schaffen es. Danny, es tut mir leid, sagt er. Danny, es tut mir leid. Danny, es tut mir leid. Danny, es tut mir leid. Sie haben Chancen. Boah, guck mal, die haben einen Arsch. Die sind weg. Jetzt, jetzt, jetzt. Obwohl, nee. Doch, das ist perfekt. Ja, ja. Digga, Medi, du bist in der Zone. Er checkst nicht. Boah, erst mal für dich im Leben abgezogen lassen. Boah, cracked. Get rigged tot. Wieder mit zwei Punkten. Die Punkte schmecken. Oh mein Gott. Schöne Shots. Ja? Ey, Medi ist süchtig gerade. Ja, Medi kann schlecht ins Gameplay. Drei Kits haben sie aber nur als Team gerade. Ja, die Zone ist sehr kacke. Oh mein Gott. Er ist gierig. Er ist gierig. Er ist gierig. Mini to go. Ach wie Scheiße. Digga, was passiert hier? Guck mal, von links und rechts kommt jeweils so ein verficktes Schild. Das verfickte Schild. Was Todes kann niemand scherben. Er ist nicht in der Zone? Weiß er, dass er nicht in der Zone ist? Nein, weiß er nicht. Er weiß es nicht. Er rafft es nicht. Er rafft es nicht. Er poppt Mini in der Zone. Digga, und so einer ist erster Platz hier in diesem Turnier. Kick meinen Arsch. Gut, gut, gut. Expecto Patronum. Schnell. Gut so. Hier, Rohat ist noch am Leben. Timme, Rohat. Es sind noch drei Teams. Drei Teams. Fast Roki. Fast Roki dead. Timme. Digga, Timme. Timme, Rohat und Kul Karchet. Die haben die beste Position, die es jetzt gerade in diesem Late Game gibt. Es gibt keine bessere. Acht Kills haben sie. Top neun. Neun Leute live. Rohat hat es. Oh mein Gott, wie viele Büsche. Aber Medi wieder Top 4, ne? Also, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange die anderen überlebt haben. Geht auf den Booker, geht auf den Booker. Es ist Moving Zone. Hinter dem. Hinter euch. Ist das Geisteskrank. Ist das krass. Hilfe uns, Hilfe uns, Hilfe uns. Anonym. Ne, da ist noch einer in der Zone. Die Hohens. Oh nein. Es sind die Reifen. Oh mein Gott. Er ist sauber. Weepass. Weepass ist weit gekommen. What? 1HP. 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 Sie holts. Sie holts schon wieder, Chat. Ich kann es nicht fassen. 20 Subs. Oh mein Gott. 1HP. 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 2HP. 1HP. 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 1. 1HP. 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 Okay, okay, okay. Willst du den beiden noch was sagen? Noten. Okay, gut. Jetzt wird es persönlich. Es haben viele reingejokt von den oberen. Top 18 erstmal wieder. Also es haben von den oberen echt viele reingejokt. Ich glaube, von den Top 7 Teams sind drei oder vier early gestorben. Ihr werdet jetzt, ich habe das nicht ganz genau auf dem Schirm, wer wie, wie viele Punkte Abstand hat, aber es kann sein, dass ihr jetzt schon einen größeren Abstand sehen werdet. Reapers war in der Top 5 mit seinem Team, das habe ich gesehen. Es war sogar Top 4. Ich weiß nicht, wie weit Kaysar mit seinem Team gekommen ist. Ich kann, es war zu schnell. Hallo. Wie ist die Stimmung hier? Wie war die Pizza denn, Rudi? Das war leider keine Pizza. Was hat er sich bestellt? Was hat Timo sich bestellt? Ich glaube, er ist gerade nicht da, weil es war eine Bowl und ein Wrap. Und es hat beides nicht geschmeckt. Und es hat beides nicht geschmeckt. Das ist respektlos. Immer wenn ich bestelle und ich merke, manchmal bestelle ich einfach zwei Sachen, damit eins safe ist. Und wenn beides nicht schmeckt, dann ist... Ne, aber das kann man einzeln später essen. Aber wenn beides nicht schmeckt, dann bist du durch. Von wem ist das Preis gesponsert? Von Amar und mir persönlich, aus eigener Tasche. Deswegen gerne nochmal Ausrufezeichen Prime jetzt hier auch nochmal bei Elite. Auch wenn es nicht so gut läuft, das macht auf jeden Fall Spaß. So nämlich. Das ist das Wichtigste. Ihr versteht euch ziemlich gut, haben wir gemerkt im Stream. Starten jetzt mal. Mal starten. So, ich würde sagen, wir gehen mal ins Momentan... Erstmal hier kurz beleidigen. Hallo? Ruiz, du bist scheiße. Verstehst du das? Weil du dich gegen... Weil du dich gegen deinen Chef aufgestellt hast. Wurdest du gerade gekillt. Nie wieder. Okay. Ja, aber ich kann meinen Vater auch nicht hinterher gehen. Das geht auch nicht. 20 Subs weniger. So läuft das. Okay, warte, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu. Wir haben eine Frage einmal. Hugo sagt die ganze Zeit, wir sind richtige Lacher, weil wir nicht für 20er-Bombs gehen wollen. Und Hugo will auf jeden Fall denken, wenn wir hier Back-to-Back-20-Bomb-Win machen, können wir in den Top 3 kommen. Ja. Und ich habe ihm gesagt, okay, oder wir gehen jetzt, also es gab zwei Möglichkeiten, oder wir gehen jetzt für einen Safe-Win und holen uns die 200 Dollar noch. Ne? Also rein rechnerisch wird es nicht funktionieren mit den Top 3. Genau, aber Hugo meint das. Okay. Hugo wollte jetzt fragen, ob das so geht. Was? Ich gehe raus aus dem Discord. Fickt euch. Ich gehe raus aus dem Discord. Medi down. Digga, die wurden wirklich, die wurden wirklich gedingstert. Wer hat die gekillt? Wer hat die gekillt? Lass dich, lass dich davon jetzt nicht beunruhigen. Ich lese hier im Chat, dass er dich auch jeden Tag in Windows-Strees hebt. Komm, Mann. Ich lese auch gerade, dass er dich jeden Tag in Windows-Strees hebt. Alles gut. Die, die getötet haben. Bro, der zweite ist auch tot. Der zweite ist auch tot? Ja, hier. Der ist noch alleine. Achso, ja, ja. Ich dachte, zweiter Platz. Das Ding ist over. Wenn die das choken, Chat, und der Chat von dem zweiplatzierten. Oh. Oh. Clever. Er macht Fullscreen-Chat, damit ich nicht sehen würde. Nein. Die können mich nicht holen. Okay. Willi auch wieder tot? Willi in der Watch-Party? Digga, was passiert hier? Ich sehe auch sein Team immer so oft schwimmen. Ja, ja. Ich bin mit der Augen, mein Bruder. Du machst immer Ansagen, bla bla bla. Ich bin mit Absicht nicht bei dir gelandet. Jetzt kommst du zu uns. Ähm. Tamam, Bruder. Das sagt wenigstens Männer, danke für dein Bruder. Wer meint der, Chat? Aufhören. Wir sind nicht gekommen. Nein, seid nicht gekommen. Zwei gegen eins gegen uns verloren. Digga, aber warte mal. Omid kann doch nicht Willi holen. Also der hat sein Team vielleicht. Der Team vielleicht. Kai Saar. Und die gehen auch mit Kills rein. Kai Saar geht mit Kills rein, Chat. Die sind auch gerade... Die sind Zweiter und die holen gute Punkte. Ich muss mir einmal... Ich muss einmal das Essen von unten holen. Okay, wir gehen hier in Ex-Pacto Patronum. Oh, gegen Timo Werner. Tot. Ja, ja. Und tot. Die haben losgelassen vorhin. Aber mit einem Win werden sie wieder drin. Oh, so ein Riesen. Wir haben sie, wir haben sie. Rest, rest, rest. Ich wurde noch von irgendwo angeschlossen. Ich weiß noch nicht, von wo. Vier Kills, Chat. Das sind die. Die waren ganz lange Erster. Wenn sie hier jetzt gut performen, sind sie auch wieder drin. Passiert ja gerade nicht viel, Chat. Die Leute wollen ein bisschen Hate Game mitnehmen. Die wollen den Sieg holen. Gerade so für den 20. Platz oder sowas. Das müsst ihr euch halt immer vorstellen. Der 20. Platz oder sowas. Die denken sich halt so, warum soll ich denn jetzt fighten? Ich kann eh nicht mehr Erster, Zweiter, Dritter werden. Ich möchte lieber die 600 Euro pro Win nehmen. Was ja auch wahrscheinlich ist. Oder Medigreen. Eines von beiden. Aber längst gutes T-Shirt oder Hoodie. Längst guter Hoodie, Chat. Guck mal, wie intensiv er zuguckt. Er ist ein Coach. Mert ist zu seinem Kuppel gefahren, weil Mert zu Hause zu schlechtes Internet hat, Chat. Bei Mert-Slowdown merkt man auch, dass er ein Pro ist. Digga, warum macht der das? Er nimmt nur die SMG mit. Was? Macht den Bock. Ja. Guck mal, wie man gelasert wird. Bro, was haben die für ein Aim? Ich finde das wirklich krass. Nein, die machen die Tür auf. Ja, loslassen. Ich bin dead. Ja, ja, loslassen. Bleib unten, mein Bruderherz, Dieter. Dieter, AB-Jim. Komm, geh runter, komm, geh runter. Ich kann euch nicht wissen. Dieter, AB-Jim. Loslassen. Wollt ihr rein, wollt ihr rein. Drei, zwei, eins, go. Wer ist das? Wer ist das? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wen haben die geholt? Die haben Nikhilis geholt. Nikhilis. Das ist das Team von Weepers. Weepers Team. Weepers Team gekillt. Boah, irgendwas passiert da. Nee, nee, ist zu hektisch. Die müssen, die müssen. Es ist, 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 es ist. Das ist, was ist, er hat ihn. Boah. Starker Plan. Hat er Granaten? Naja, ich bin nicht Topf der Gear. Nicht in Topf der Gear. Hat eigentlich das Schild irgendwie eine gewisse HP-Anzahl, Chad? Hat er ihn? Nice. Das sind zwei Punkte. Boah, Chad. Boah, sie haben alles. Sie haben, oder? Nee, nee, nee. Chef Strobel dead. Ja, und Zeit läuft ab. Das ist Trymax. Ach du Scheiße. Sehr gut, sehr gut. Stark. Bei deinem Team kracht. Ja, es ist in Top 8 oder so gekommen. Nee, da kracht's. Ja, es ist dauer. Ja, es ist dauer. Jetzt vorbei. Obwohl, nee, sie treffen nichts. Boah. Doch. Ach du Scheiße. Boah. Stark. Nicht nachgeladen. Nichts ist nachgeladen. Ja. Hier im Busch. On me? Nee, ist auber. On me, low. Ja, haben Stress. Schon wieder die Reifen. Wir müssen vergleichen in der Expecto Patronum gleich. Sterben jetzt wahrscheinlich. Ich auch. Ja. Hier unten ist was. Expecto? Lame. Lame? Warte mal, das ist Trymax Team. Das ist Trymax Team. Digga, wenn die das jetzt holen, dann sind sie in der Top 3 vielleicht und sind in den Earnings. Die haben Stress. Rest ist ein 3er-Team. Über uns, über uns der. Über uns der. Geht ihr an den Stein, geht ihr an den Stein. Boah, Digga. Guck mal, guck mal, guck mal, Max. Oh mein Gott. Zwei. Was ist das? Holen sie? War das doch Atra? Trymax braucht Greenlife. Die brauchen alle Greenlife. Loot drop, loot drop. Muss nachladen. Okay, ist gerade sehr spannend, Chat. Das ist so intens, ne? Es sind zwei Trios, ein Solo. Zwei Trios, ein Solo. Gern im Loot drop, gern im Loot drop. Boah, Stompy. Stompy war vom... Oh mein Gott. Die sind zweiter Platz. Aber wer hat die geholt? Wer ist zweiter? Shanti! Shanti. Rave Shanti, zweiter Runde. Holy shit. Boah. Die holen sich 1200 Euro. 1200. Die haben zwei Runds geholt, die Jungs. Die haben vorhin schon eine Runde gewonnen. Und ich nimm's wieder zurück, Chat. Ich nimm's zurück. Die sind nicht scheiße. Eine Runde, eine Runde. Eine Runde, eine Runde, eine Runde, eine Runde, eine Runde, eine Runde. G, 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 Gs, Jungs. Ey. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Es ist, äh, weiß ich nicht. Ich hätt meine Fresse halten sollen, tatsächlich. Ja, es hat uns ein bisschen provoziert, sag ich dir ehrlich. Ja, das war extra jetzt deswegen. Du hast uns gepusht, das war... Dankeschön. Ich hab's gesagt, ne? Ich hab gesagt, die Jungs können was. Und du hast mich nicht ernst genommen. Zweiter Win von denen. Du hast gesagt, Trimax kann nichts. Was ist da passiert? Erst... Warte mal. Die wurden erster, Trimax team zweiter. Digga, Tante Shanti ist seit zweieinhalb Jahren nur am Saufen. Der ist unterwegs, nur am Feiern. Ja, ich bin schon... Ich spiel nicht viel Fortnite zur Zeit. Ja, stimmt schon, aber... Drexler ist Geschäftsmann geworden. Der hat seit vier Jahren kein Fortnite gespielt. Die Leute glauben, wir sind alle Fortnite-Pros irgendwie manchmal. Digga, ich spiel vier Stunden die Woche Fortnite, Creative. Und dann Lame schreibt, wir sind das beste Team, Digga. Ich hab keine Anscheinung, ob das Game sagt jetzt zu mir. Was, du spielst vier Stunden die Woche Creative? Ja, so maximal vielleicht. Dann hätte ich dich abgelehnt. Es ist strong. Es ist sehr, 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 sehr strong. Ähm, was macht ihr mit den 1.200 Euro? Okay, was machen wir? Also ich, ich glaub, ich buch mir einen Flug zu Trexler. Und dann geh ich mit Trexler feiern, damit ich immer noch scheiße bin im Fortnite einfach. VR. Ins Ware gehen. Wir gehen ins Ware gleich. Uns wurde gerade eine Information geschickt, die, falls sie so stimmt, nicht geht. Also wenn sie, wenn die Information so stimmt... Wenn sie stimmt, dann wäre es nicht smart, sowas onstream auch noch zu sagen. Ja. So fair sind wir. Weil wir gehen jetzt in die letzte Runde und es geht hier um sehr viel Geld. Und ich muss wieder pissen wie ein Stier. Code League? Nein, ist gut. Du spielst mit deinem Mod. Du spielst mit deinen Sub, mein Freund. Robin. Wir gehen gleich nach Köln, Chip. Fan der Budgets, Max und Polak. Danke für alle Subs. Danke an alle Subs. Wieder fast 100.000 Zuschauer übrigens. 92.000, Freunde. Wir gehen jetzt gleich in die letzte Runde. Es geht um 50.000 Euro. 52.000. Ich werde dir recht geben, dass der Montag underrated ist, wenn wir 100k knacken. Wir gucken direkt mal uns die Top 9 nochmal an. Was da sich auch oben getan hat. Wir haben ja gesehen. Also. Ja. Ja, erzähl du. Wir haben ja gesehen, Medis Team ist ja ziemlich early down gegangen. Haben vielleicht nochmal ein, zwei Platzierungspunkte mitgenommen. Aber mehr dann auch nicht. Ups. Und wir gehen auch nochmal gleich nach Köln. So. Auf der 9 immer noch Reasons Team. Das bringt euch nichts. Genauso wie bei Rohat. Das bringt euch auch nichts auf der 8. Shanti. Mit zwei Siegen jetzt. Also die haben jeweils schon mal 1, 2 auf jeden Fall. 256 Punkte. Auch mit Reapers Team. Genau das gleiche. Die sechster Reapers Team. Max ist jetzt 5, Digga. Die können in die earnings. Ich hoffe, du hörst es gerade. Das bringt dir nichts auf der 5. Bro, die können in die earnings. Digga, es wird so eklig. Es ist hier gerade der Stand, Freunde. Also 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. Und der 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. Das sind nicht mal 2 Kills. Das sind nicht mal 2 Kills. Und 4 und 5 geht mit gar nichts raus. Reapers ist mit 261 Punkten. Und selbst Shanti mit seinem Team könnte auch noch in die earnings kommen, wenn sie jetzt aber ein Brett machen. Digga, die letzte Runde ist so krass. Die letzte Runde wird sehr, 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 sehr intens. Es ist auch geil fürs Turnier einfach dann. Es ist sehr, sehr geil fürs Turnier, wenn es so spannend bleibt bis in die letzte Runde rein. Wirklich fast jeder unter den Top 8 kann hier noch gefühlt irgendwie Top 3 werden. Neunter Platz auf gar keinen Fall. Das ist super. Respecfully emote only, bitte. Respec... Nice, respectfully. Vorhin, als wir bei Nova drauf waren, hat einer geschrieben, nice, in Klappern, respectfully. Das ist einfach in den Camping Camp, oder? Wir müssen campen, nein, fighten, ja. Wir müssen fighten. Digga, was? Aber warum läufst du die ganze Zeit immer wieder durchs Feuer, das verstehe ich gerade. Und ich so gar nicht. Du krachst komplett. Pass auf, genau. Es ist auch 1. Nicer Fight. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Geh deck, ge deff, ge deff, ge deff. Respecfully Bush ausklauen. Oh mein Gott. Denker, die haben überlebt. Romatra, the third und Nova und Catou. Sie haben überlebt. Sie haben überlebt. Ja, 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 ja. Das ist Romatra, glaube ich. Und jetzt muss sie pushen. Das muss Romatra sein. Das ist One-Shot. Ja, gut. Ich hab eine One-Shot hier, ne? Nein! Eine Knock. Eine Knock, eine Knock, eine Knock, eine Knock. Der ist One-Shot bei mir. Es ist Rohat! Es ist Rohat! Wir sind echt gut! Phoebe, Kate, Rohat! Und das ist der Nachtritt, Chat! Digga, wenn wir alle, die sterben, zumachen direkt, dann haben wir so viel bessere Performance jetzt gleich fürs Late Game. So wie er. Ja, der Mann, da kracht's. Aber er ist noch da. Geh mal bitte auf, ich muss kurz die Top 5 spielen. Ich will nicht, dass da jemand early stirbt. Also das könnte krachen. Ich muss pissen. Also Chat, um bei, oh, guck mal hier! Nein. Bitte. Bitte! Nein, nein, nein! Ich dachte, das ist Trimax. Nein! Das Ding ist eh schon durch mit Trimax. Der wird in die Top 7 kommen. Chat, die dürfen nicht sterben. Am Dach, am Dach, am Dach. 85. Es ist over. Es ist vorbei. Sie sind zu zweit. Das könnte es gewesen sein. Ja, sie müssen weckern. Von Reapers! Ach du Scheiße! Ruhe, Ruhe bitte! Alles gut! Oho, jetzt wird's ein Tetz! Hilfe! Sauber! Sauber! Loslassen! Finischen! Er muss finischen! Es ist eins gegen zwei, oder? Oder eins gegen eins? Oh mein Gott! Es könnte over sein! Der Pro! Er holt es! Reapers Stats! Er holt es! Reapers raus! Er kann kein Preisgeld mehr holen! Also, die haben schon 1.200 geholt. Aber kein... Digga! Boah! Dieses Team Chat, wenn er es schafft, die hochzuholen... Ihr versteht das glaube ich nicht. Sie können sogar rein theoretisch noch Erster werden. Medi ist gestorben. Medis Team ist tot. 21. Boah! Ist das... Ist das ein Nachtritt! Top 3 aber trotzdem? Kann sein! Top 3 Preisgeld! Top 3 ist Preisgeld! Aber es kommt drauf an, wie die anderen jetzt hier spielen! Es kommt drauf an, wie die anderen spielen! Stompy! Ach du Scheiße! Hanky auch tot! Hankys Team auch tot! Das heißt, 2 aus der Top 5 sind tot! Die Teams, die noch am Leben sind, sind also die oben mitspielen. Trimax, Kaisar sind die Teams, die noch gerade oben am Start sind. Und wenn die Platz 7... Big Spin tot! Und ähm... Medi auch tot! Medi, die können nicht mehr Erster werden. Es sieht sehr doll danach aus, dass Kaisar Erster wird mit seinem Team. Der Niko... Also, rein theoretisch, wenn Trimax jetzt performt mit seinem Team-Chat, dann wird es krachen! Und zwar nicht zu knapp! Ey, sie pushen sich gegenseitig! Wir können hier... Nein, 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 nein! Ich denke hier rauf! Mach die Walls kaputt! Mach die Walls kaputt! Alle Walls, alle Walls jetzt einfach! Alle Walls kaputt machen! Reapers ist auch tot! Stimmt! Reapers ist auch tot! Neisser Strahl, 10 von 10! Dankeschön, Chef! Chef Strobes Team ist auch noch drin, ne? Mach die Nades! Hey, es ist gut in Nades! Digga! Digga, er sieht aber auch in einem ganz anderen Modus aus, als hätte er Ritalin genommen oder sowas! Digga, um sich für das Turnier besser qualifizieren zu können! Ich sag dir, Max hat kein schlechtes Aim, ich sag das seit Tag 1! Und dies, das wirst du mit 50 Subs zu spüren bekommen! Komm hier zu mir in den Busch! Komm hier zu mir in den Busch! Mit 50 Pingern! Oh, da kracht's! Oh mein Gott, das ist Nades! Die haben Stress! Oh, oh! Oh, oh! Und das! Oh mein Gott! Wo es kracht! Also Medi kann nicht mehr Erster werden mit seinem Team! Oh mein Gott! Das ist Same! Und die können hier theoretisch nochmal in die Earnings kommen! Zweiter oder Dritter werden! Das sind so wichtige Kills! Die haben vier Kills! Hinter uns ist einer! Guck mal den! Wenn sie da den Baum wegsprayen, dann haben sie gewonnen! Chill einfach hier unten! Chill einfach hier unten! Hinter uns! Hinter uns! Cracked! Rudy! Timo Werner! Ey, sowas gibt es in keinem anderen... Trimax kill Timo Werner! In Fortnite! Es können krachen, Chat! Uns war nicht zu klappen! Ey, die gehen alle rein! Die gehen alle rein! Ja! Ja, ja! Doch, doch! Mach die Wände kaputt! Letzte Runde, Chat! Letzte Runde! Und die haben Full-AR-Emmo, ne? Ja, ja! Es ist so hektisch! Jeff Hardy tot von Mert! Mert killt Jeff Hardy! Auch in keiner anderen Parallelwelt! Und das Lustige ist... Mert hat gerade den Hoodie von Willi an! Echt? Ja, und er geht die Dame! Ja, das ist Disrespect! Oh Gott! Das war's! Ich sage, es war's! Ja, ich sage dir das war's! Jetzt loslassen! Oh mein Gott! Jetzt loslassen! Jetzt loslassen! Komm rein, hier hinterher! Hint reinlaufen! Ich weiß nicht, wie sie hochkommt, Bro! Und da ist der Albaner! Da ist der Albaner, der fliegt! Oh mein Gott! Nico tot! Oh! Nein! Was zur Hölle passiert hier? Loslassen! Sie müssen auf Placement gehen! Sie müssen auf Placement gehen! Guck mal, der Albaner! Ich glaube, Kaiser lebt immer noch! Gut, was? Schnell auf Kaiser! Warte! Die haben eineinhalb Minuten Delay! Alles gut! Ach du Scheiße! Aber sie haben's! Sie sind Erster! Also sie sind jetzt schon... Bro, sie sind Top 8 oder so! Nee, nicht mal! Ja, aber sie haben null Kills! Ja, aber... Ja, okay, stimmt! Null Kills, bisschen dünner! Ich muss das hiermit machen, Eli! Ich glaube, sie holen's! Eli! Tu es! Eli! Tu es! Mit mir! Sie werden die 1, Jess! 3 Kilo! Ja, Robin Hack und Frey holen sich den ersten Platz! Wenn wir uns nicht komplett verrechnet haben! Sie haben nur einen Kill! Aber sie werden viele Punkte holen! Und das Team von Mehdi ist früh gestorben! Und diesen Rasenmäher will ich von Robin Hack haben! Chef Strobl müsste ungefähr 15 Kills gemacht haben oder so! Mach es! Mach es! 3 v 3 v 1! Das ist sauber! Das ist sauber! Das ist sauber! Das ist sauber! Sie holen sogar den Win noch! Für den Nachtritt! 3 gegen 1! Ja! Ja! Es ist sauber! Es ist sauber! Ja! Zweimal den Rasenmäher! Zweimal beim Winner-Team! Sie bekommen sogar jetzt nochmal 600 Dollar drauf! Das heißt, sie kriegen 25.600 Euro! Ach du Scheiße! Amar mit 50 Gifted Subs an die Community! Und jetzt gehen wir hier einmal die Top 18 bis 10 durch! Wir fangen an! Nova, Romatra und Kato sammeln für ihre Community 2 Tage komplette Erfahrung! Dann haben wir direkt Pablito, Anna und Mignob mit einem Sieg und 600 Euro! Pain Livestream, Ryrex und Superkey mehr als Erfahrung und 600 Euro hat es nicht gereicht! Genauso wie Eldos, Haystan und Julian kommen! Rick, Flying, Uwe und Serhat tun mir auch ein bisschen leid! Leider kein einziges Sieg! Weiter oben mit dabei! Aber ihr könnt stolz auf euch sein, dass ihr so weit gekommen seid! Genauso wie... Und jetzt kommt die letzte Reihe aus der Schule, ne? Aber ich finde, dass die letzte Reihe aus der Schule noch gut performt hat! Sehr gut sogar! 13. Platz! Nassim, Mert und Dieter sind auf der 13! Und Dieter! Nicht kacke! Nicht schlecht! Umut, Letz Hugo und Wiesen auf der 12! Willi nochmal sich gestrafft mit seinem Team mit Fix und mit... Aber Erfahrung gesammelt! Ja, aber Elfter ist vertretbar! Elfter! Ich wurde Elfter Platz, weißt du? Das ist okay! Sane, Kamikaze und Phoenix auf der 10! Und auch glaube ich relativ weit nach oben gekommen! Also heute hat sich das alles nochmal ein bisschen so... Ja, gewendet sage ich mal! Okay! Ups, sorry! Alles gut! Kuba, Renu auf der 9! Rohatimmel auf der 8! Mit 1-2 nimmt sie mit! Reapers auf der 10! Auch 1-2 mit! Die waren die ersten beiden, die Nürn holen! Henke, Bigspin und Stompy nur mit Erfahrung! War ein langer Erster! Shanti sogar! Diese wurden noch Zweiter! Sehr stark! Trimax ist der Bruch! Wie viele Punkte? Zwei Punkte! Zwei Kills! Zwei Kills! Trimax! Vier Punkte! Chef Strobl Zweiter! Zwei Kills! Zwei Punkte! Outplaced von Chef Strobl! Relativ eindeutig auf der 1! Das war klar! Kaiser mit Robin Hack und Frey! Da haben Big Claps rein! Und riesen, 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 riesen GGs, Chat! Chef Strobl überholt mit seinem Team mit zwei Punkten! Medi! Noch Medi! Medi! Steve und Niko sind noch in den Earnings! Jeder von denen bekommt jeweils 2k! Was auch viel Geld ist! Und es wäre sogar knapp! Hätte Trimax noch zwei Kills mehr gemacht mit seinem Team! Wären die einfach nicht in den Earnings gewesen! Und wiederum ein Kill mehr bei Medis Team! Oder ein bisschen besser geplaced! Dann wären die auf der 2! Also es ist sehr krass! Es gibt viele, viele, viele Leute, die gerade gebrochen sind! Und viele, die wahrscheinlich, ja, froh sind! Wir gehen mal, würde ich sagen, zu den Leuten jetzt rein! Kurz nochmal in den Discords! Ich will nur einmal kurz eine Sache hören! Moin! Moin! Na, wie geht's euch? Sehr gut! Der Lame hat sich schon gemutet! Unfassbar geiles! Ich hab eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock zu reden! Muss ich ganz ehrlich sagen! Vier Punkte! Wenn wir, hallo, wenn wir die 12 Punkte nicht verloren hätten, wären wir Zweiter! Wenn Lame nicht mit zwei Uzi geschossen hätte! So hättest du es sagen können! Ja, 10 Bullets mit einer zweiten Uzi! Lame, lass es sich drauf ankommen! Lame, Regeln sind Regeln! Spaß beim Turnier? Ey, mega! Es war unglaublich geil! Die Codes von Lame waren Wahnsinn! Eine geile Teamchemie! Der Nico hat einige Games komplett abgeräumt! Es war richtig, richtig geil! Okay! Das ist, das ist uns auch aufgefallen! Ihr habt sehr gut gespielt! Also sehr konstant auch, meine Meinung nach! Es war eine knappe Kiste, Jungs! Aber ihr geht hier mit Earnings! Jetzt sind die zwei Punkte ähnlich! Ja, ich hab... Es ist, es ist, es ist! Aber ich dachte eigentlich, wir werden Vierte oder so! Deswegen ist es okay! Ihr habt... Also ganz kurz! Erst dann werden wir eh nicht mehr gewonnen, weil Kaiser super Runde, dass sie am Ende noch gewinnen, ist geil! Wenn wir jetzt die eine Runde hätten, wären wir vielleicht Zweiter! Aber mein Gott! Also Jungs, von uns auch noch mal Riesen Respekt, ne? Keiner von uns hätte gedacht, dass ihr in die Earnings kommt, ne? Und das könnt ihr jetzt auch noch mal für dich, Medi, bei Twitter in die Bio unterschreiben! Ja, also da kannst du jetzt wirklich viel Damage mitmachen, ne? Einmal bitte Earnings! Damit könnt ihr viel Damage machen! Wir ziehen weiter! Jungs, wirklich stark gespielt! Vielen, vielen Dank für die Einladung! Kein Problem! Kein Problem! Vielen, vielen, vielen Dank, Mann! Hallo! Hallo Popel und Stylers! Jungs! Ihr nehmt hier 12.000 Euro mit! Ich hab fast nicht mitgespielt! Ich hab fast nicht mitgespielt wegen dieser Challenge! Und bist du... Also würdest du sagen, du... Das hätte dir sehr doll wehgetan? Also jetzt im Nachhinein... Ja gut, ich hätt mir dann wahrscheinlich eingeredet, mit mir hätten die es nicht erreicht, weißt du? Das wär auch so okay gewesen. Aber natürlich... Geil! Und die zwei haben ja so lange zweit gespielt, ne? Das stimmt! Die haben echt... Also vielleicht gibt's da auch nochmal ne Aufteilungen bei den 12k? Ich weiß es nicht... Nein, nein, nein! Wir machen, wir machen! Ah, das ist ehrenhaft! Okay, gut! Ich hab besser noch alles versiegt hier, ne? Jeff Strubel gibt seinem auch nochmal die Hälfte an Trimang! Ja, ja! Ich muss sagen, ich hab mehr gefreut, dass Max Väter ist, als dass das jetzt weiter sind! Das war die erste Reaktion von ihm auch gerade so! Ja, Trimang! Ich geb einmal in die Ratchet rein und lame shit top mich, dass er mich geholt hat! Ich war echt so mad! Ich sag so, die Leute, wir landen jetzt nur noch auf denen! Ich hoffe, dass jetzt hier noch Dings zuschauen! Ich muss einmal die Hand heben! Ich hoffe, dass Daniel und Phil zuschauen! Ich will mich einmal entschuldigen, dass ihr voll einmal ganz kurz die Fassung verloren habt! Für zwei Minuten! Oder für eine Minute! Weil die halt bei uns gelandet sind mit Rumatra und Rumatra hat die ganze Zeit uns übel abgefahren! Die haben uns dann gepusht, wir sind gestorben! Wollte ich mich nur entschuldigen bei den Jungs! Ich küss euer Herz und danke für das Turnier an Eli und Amar! War sehr, sehr geil und ich bin froh, dass wir Zweiter wurden! Jungs! Sehr stark gespielt! Wie viele Kills habt ihr am Ende gemacht? Sechs Kills! Sechs Kills! Sechs Kills! Sechs hatten wir, glaube ich! Ich hab so viele Leute genockt! Wir haben nie den Finish bekommen! Wir hatten halt Glück, dass Vicos Team relativ früh down gegangen ist! Und dann mussten wir nicht so viele Punkte machen und wurden trotzdem noch Zweiter! Das war ein bisschen lucky! Okay, aber ihr habt trotzdem also Zweiter Platz sehr stark! Zweiter als Zweiter werdet ihr nicht gekommen! Jawohl! Ja, ja! Wir haben das Maximum rausgeholt! Also du hast da Kaiser, Robin Hack und Frey! Ist aber auch unfair, dass er in jedem Spiel gut ist, ne? Ja, ja! Ist Robin Hack Fußballprofi! Warum ist der so krass in Fortnite? Der ist ein Öler! Wo nimmt der die Zeit her? Wo nimmt der die Zeit her? Er ist ein richtiger Öler! Immer zwischen den Pausen! Aber ich glaube, Frey hat gute Kreuz gemacht, glaube ich! Frey ist ja so ein... Frey ist der IGL! Ähm! Ich hab auch Jacks aus dem Spalterrecht gemacht auf die ganzen Dings-Sachen! Jetzt kommen alle vom Chat rüber! Ich glaube Max hat sie gerade angehört! Du hast einen großen Fehler gemacht! Ja, ja! Ich hab einen sehr großen Fehler gemacht! Was hast du gesagt? Was hast du denn für eine Memo gemacht? Grüß Nico! Grüß Len von mir! Grüß sie alle von mir! Ich hoffe, euch schmecken die 200 Dollar! Ich hoffe, ihr schmeckt Tremex! Ich hoffe, ihr schmeckt! Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem vierten! Und ich hoffe, ihr seid zufrieden, dass ihr keine Ranex habt! Grüß dein Schnapp von mir! Grüß Len von mir! Und grüß der Nico von mir! Schönen guten Abend! Das ist, wenn du komplett besoffen bist! Auf drei Promille würdest du so eine Nachricht schicken! Hast du Saumex gesagt am Ende? Ja, ja! Saumex! Wir haben irgendwelche Spitznamen, weiß er unter uns! Aber ich musste! Er hat nur provoziert! Immer wieder geschrieben! Siehst du! Er hat mir vorher geschrieben, als er hier mitnimmt, wo er so qualifiziert hat! Schau! Jetzt werde ich schon Teams disqualifiziert! Du bist der Nächste! Wir gehen auf die absolute kranke Performance eines unglaublich guten Warzone-Profis! Oder was für Profi! Aber also Content Creator slash überdurchschnittlich zu gut Content Creator für Warzone! Aber auch vielleicht ein Ticken zu wenig für so einen übelsten E-Sportler in Warzone! Robin Hack! Die größte Legende, die es überhaupt gibt! Fußballprofi! Gut aussehen! Und der lässt auch immer wieder einen Knaller rein! Und Flopper Frey! Der seine letzten Earnings vor sieben Seasons geholt hat! Und jetzt damit offiziell Content Creator, glaube ich, ist! Ich glaube, er hat jetzt mehr Content Creator Earnings als... Digga, die holen... 8500 haben die durch die Runde gerade geholt! 8500! Ist das geil! Jeder! Frey, unglaublich guter Spieler! In letzter Zeit auch sehr, sehr krass performt! Und damit gehen wir rein, Freunde! In den Team-Chat! Frey, Kaiser, Robin! Was geht ab, Jungs? Erstmal, ey, herzlichen Glückwunsch! Moin! Ihr seid die Krassesten, Digga! Also, was soll ich sagen? Ihr seid die Krassen! Ihr nehmt hier 25.000 Euro mit! Plus nochmal die 600... Also, 25.600 Euro! Das kommt gar nicht mal in mein Gehirn rein! Das klappt bei mir gar nicht! Frey, wie alt bist du? 21! Passt! Passt! Also, ich spiele jetzt seit 4 Jahren oder so! Fulltime Pro Fortnite! Und ich habe noch nie so viel Geld auf einen Schlag gewonnen wie jetzt! Also, ich weiß nicht, da muss ich nur sagen, wirklich so viel riesen Dank an euch! Das ist so ein krasses Turnier! Danke an das ganze Team! Äh, ich mache auch gleich schon mal Dank an meine Familie, meine Eltern und mein Bruder haben alle im Stream geschaut! Geil! Äh, ich bin wirklich... Also, auch meine Cousins und so! Ich habe gefühlt meine ganze Familie hinter mir und meine Freunde! Er macht's richtig! Wir sagen immer, sagt Mama Bescheid, Onkel jetzt! Er macht's auch! Er macht's auch! Ja, das gönne ich dir auch mit einem Freund! Das gönne ich dir! Jungs! Kaiser und Robin! Wie fandet ihr's? Extrem geil! Hat unfassig Spaß gemacht! Red du! Ja, ich muss jetzt erstmal auch! Also erstmal dickes GG an Frey, komplett krasser Leader in-game! Er sagt, lauf hier! Ich lauf ihm einfach hinterher! Digger, mit 26 Jahre alt! Schwer mitzukommen mit dem Mann! Wenn er da einfach sagt, lass in dem Busch, lass in dem Busch! Ich bin irgendwie bester Fußballprofi aller Zeiten in Fortnite! Digger, auf deinem Drehbuch kann man nicht krasser schreiben! Ich muss ehrlich sagen, Amar, ich habe gehört, was du alles gesagt! Ich habe das überlegt! Und bei der Auslesung sagst du, Kaiser ist eine Banane in Fortnite! Wir gewinnen das Ding! Letzter Skin ist eine Banane! Ja, ist komisch! Ist komisch! Das muss wirklich ein Team im Bananenkostüm sein! Ansonsten kann ich nichts sagen! Ist komplett krass! Danke für die Zufall, Jungs! Liebe! Ich nehme damit zurück! Das heißt, nächstes Mal wirst du nicht eingeladen, weil du zu krass bist für Fortnite! Boom! Ja, weißt du was? Nachdem hier ist mir auch dann echt scheiße... So musst du die Karriere beenden in Fortnite! Du musst jetzt damit deine Fortnite-Karriere beenden! Ist das geil! Nee, komplett nice! Event sowieso! Tipptopp! Und wieder, danke auch für die Invite! Und ja, was sollen wir sagen, Digga! Das ist für Robin Kleingeld, hä? Nein, nein, nein! Das ist sehr viel Geld! Und auch von mir nochmal vielen Dank für die Einladung! Hat unfassbar viel Spaß gemacht! Auch mit den zwei Jungs! Deswegen, vielen, vielen Dank! Nächstes Essen auf dich, hä? Ehrlich! Nächstes Essen jetzt mal ehrlich! Wie viel... Also ich sag dir so wie es ist, Robin! Wir können mehrere dieser Turniere machen! Ich brauche nur eine Unterschrift bei Delay! Ich brauche nur eine Unterschrift bei Delay! Dann kann ich dir hier Forten öffnen! Das hast du noch nicht gesehen! Vielleicht auch im Fokus E-Sport Fortnite rein! Du musst nur was sagen! Du musst... Acht, neun Jahre! Passt! Auf sechs! Passt! Acht, neun Jahre, mach fertig! Mach fertig! Mach fertig mit Zett! Ey guck, ich komme auf die Zehn! Hast du gehört? Er will mich auf der Zehn haben! Das ist die Bedingung! Doppelzechs! 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 Doppelzehn! Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe vorhin was gesagt! Was? Im Stream! Ich habe gesagt, wenn du ersten Platz holst, dann musst du einen Rasenmäher machen als nächsten Jubel! Weil du hast mir den schon oft versprochen, seit vier Jahren glaube ich, kennen wir uns schon, das ist nice! Okay, versprochen! Beim nächsten Tor bin ich bei Bord, dann kommt der Rasenmäher! Spätig zufällig gegen Hamburg nächste Woche? Dann könnte es was werden! Das wäre sogar geil! Drei, vier Wochen glaube ich, spielen wir gegen Hamburg! Gegen Hamburg komme ich dann! In Hamburg oder... Ich komme, mache einen Vlog, du machst einen Rasenmäher, ich gehe auf die Bühne, mache einen Flitzer! Scheiß drauf! Also, mal schauen! Wenn ich ein Tor mache und den Rasenmäher, dann machst du einen Flitzer! Ja nice! Nein, das machen wir nicht! Das machen wir nicht! Damit verlierst du deinen Fußball-Dings und ich meine Karriere! Dann gibst du im nächsten Post von irgendeiner Zeitung Fußball, ne, Streamer-Influencer gehen nicht nur ins Stadion als Event-Fans, sondern machen dort jetzt auch Blitzer! Da bist du drinnen! Mit Trimax aber vorne! Eine Sache noch, eine letzte Sache will ich noch sagen, vielleicht noch kleiner Nachtritt an die anderen Teams, aber Robin Huck liegt, also zockt... Ja, oh mein Gott! Er liegt! Er liegt! Der Kissen auf... Im Nacken liegt er und zockt! So! Aufentspannend! 25.000€ Ist das ein Nachtritt? Du liegst! Schick mal nochmal kurz ein Fotoschicken! Bitte jetzt, Robin, jetzt kommt eine ganz entscheidende Frage, Bro! Bitte sag mir, dass es ein Elevate-Nackenkissen ist! Nein, aber ein T-Shirt, um ehrlich zu sein! Hast du ein Elevate-T-Shirt an? Ja, aber das Ding habe ich nicht, das Nackenkissen. Kannst du mir jetzt zuschicken! Gut, dann ist okay! Aber jetzt fragt euch mal, warum ihr Earnings geholt hat! Wegen den T-Shirt-Hörs wahrscheinlich! Na gut, Jungs! Wir ziehen weiter! Okay, Jungs! Macht euer Ding! Und GG ist von uns! Ja, vielen Dank nochmal! Haut rein, haut rein! Kein Problem! Einmal Ws für euch alle schon mal in den Chat für ein unglaubliches Turnier! Bis jetzt schon einfach eine 10 von 10! Heute, gestern, das Prinzip schon wieder über zwei Kanäle, das über den Tag zu machen, über 14 Runden. Ein Riesen-Danke auch an alle Zuschauer! Riesen-Danke an Epic Games, dass sie uns wieder vertrauen! Riesen-Danke an alle Teilnehmer, die uns noch mehr vertrauen und uns auch hier mit ihren Communities die Möglichkeit geben, richtig reinzuhauen! Unglaublich krass! Wirklich! Only Ws, 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 Ws! Da könnt ihr hier gerne einen Follow da lassen! Da könnt ihr gerne einen Sub da lassen! Wir haben auch gleich die, ich sag ja immer wir, aber Elie hat ja auch gleich die 40.000! Die sind schon! Ach, ist schon? Links ist Tier-1-Subs und rechts ist so andere, auch Tier-2 und Tier-3! Es muss Tier-1 sein, dann ist es 40.000! Also wir haben, Chad, wir haben uns wieder sehr geehrt gefühlt, auf jeden Fall für euch was zu casten. Wenn Amar und ich eigentlich was zusammen machen, dann ist es auch immer sehr nice. Es ist auch immer sehr anstrengend, ich weiß nicht, wie du es findest. Es ist immer anstrengend. Also wirklich immer so diese Org und so, ist schon nicht so einfach und sehr nervig, aber das meine ich mit meinen Sprachfehler, hast du gerade gehört? Ja. Ich wollte nervig sagen, hab's aber zu früh gesagt. Ja. Und du hast aber gemerkt, dass ich nervig sagen wollte, weil ich es direkt danach erwähnt habe. Weißt du, was ich meine? Ich habe einen Sprachfehler bei sowas, sag ich. Aber hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir bleiben jetzt noch live. Ja? Und gucken uns... Vielleicht geh doch mal ein Chords is Lonely dann jetzt. Ich kann ein Chords is Lonely machen. Ich würde jetzt ein Chords is Lonely tatsächlich appreciaten. Ich mach ein Chords is Lonely. Ich hab ein Chords is forgot everything. But no one's listening. But no one's listening. But does it's fucking lonely. Ganz alleine, Amar. I'm so lonely. Lonely. Übrigens, wenn wir hier schon grad warten, Amar und ich überlegen, ein Offline-Event zu machen, mit Zuschauern und so, mal so am Rande. So, wir gehen jetzt in die lustigen Clips rein. Oder auf besten. Okay, hier dich rein, hier dich rein. Warte mal, Aimsy, kannst du stoppen irgendwie? Oh mein Gott. Kannst du das stoppen? Mit Haut-Up. Ach, du kannst nicht stoppen. Also, wir müssen... Ah, okay, okay. Aber du kannst einen Ticken leiser machen, bitte. Was geht, Fritte? Du wolltest dich da verstecken? Wenn uns Clips auffallen, müssen wir die so uns abspeichern, ne? Ja, ja. Es sind nicht nur loste Sachen, sondern auch gute Plays teilweise. Digga, kracht's. Ah, das haben wir gesehen schon. Ja, da kracht's. Und die sind fast in die Earnings gekommen, ne? Ach hier, das war ein krasser Play. Digga, das war so ein krasser Play-Chat. Drechsler fällt runter an Fallschaden. Dann kommt Robnitz mit 150 HP und nur einer SMG gegen drei Leute. Guck dir das an. Noah Z. Snipska. Er hat ein Leben, Digga, er hat ein Leben. Er hat ein Leben die ganze Zeit. Digga, das ist... Er hat ein Leben gehabt. Das war stark. Echo. Esho. Esho? Er läuft nicht. Guck mal, ich komme nicht durch, Digga. Was für ein Esho? Wir hören alles doppelt. Achso. Wo, 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 wo? Oh, ich bin tot, Digga. Und jetzt? Ja, ja. Jetzt müsste es funktionieren, Chat. Nur weil ich durchs Fenster gekommen bin, Alter. Ja, passt, passt, passt. Jetzt kracht's auch wieder. Ja? Das haben wir live gesehen auch. Sie wollte landen, Chat. Sie wollte landen. Ich komm da gar nicht hin, ehrlich. Aber man hättest es noch mal länger zeigen müssen, aber... Ja, ist doch okay, du Mixer. Haha. Bini, du kleiner Pisser. Haha. Digga, oah. Das mit den Reifen war auch brutal. Die Reifen. Ich schwöre, ich schwöre, ich hab nicht ausgedacht. Ich will, dass er seinen Titel die Reifen nimmt. Digga! Ich kann nicht! Hab du Damage gemacht? Bro, ich kriege nicht. Die Reifen! Ich seh sie auch nicht! Das ist die Reifen! Ich seh sie auch nicht, Max! Ey, wir kommen hier raus. Geht raus. Hello, hello. Digga, oah, Gott. Aber... Klasse 8. Da wär ich auch voll überfordert. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Krasse Aim. Fokus Kuba weg. Bruder. Was? Guck mal, wie da hinten... Das ist ein Aim. Puuuuh! Auch noch Sidney. Sidney weggemacht. Sidney, du wirst von Haystern gemacht. Bro, du wurdest ja komplett weggemacht. Ich hab keinen Bock mehr! Ich hab gar keinen Bock mehr! Ich hab gar keinen Bock mehr! Da hat's richtig gekrancht! Ja, ja. Ich sign jede fucking Runde! Er hat einen HP, ich check es nicht! Zwei! Mein Make ist tot! Der andere auch! Und dann ich auch! Und dann ich auch! Ich kann das nicht mehr! Ach, Alter, meine ganze Energie! Meine ganze Energie ist weg! Ist richtig! Video ist zu leise jetzt! Bisschen, sagt der Chat. Zu leise? Sign den, mach ich! Emsi, kannst du ein bisschen lauter machen? Emsi, kannst du ein bisschen lauter machen, bitte? Sitzt er da mit dem Bademantel? Digga, viele Clips hat der Uwe! Du musst weiterschießen. Oh, gut, 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 gut! Stark! Danny gekillt! Aua, 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 aua! Schieß auf die! Schieß auf die! Schieß auf die! Nein, 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 nein! Rechts! Ja, ja, geht, nice, 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 nice! Boah! Bro, was hat der für einen Aim? Lass rein, lass rein! Hier drin, hier drin! Eldor, der Rest, der Rest, der Rest, der Rest! Eldor, ist rein da! Aufmachen, aufmachen, aufmachen! Hat er gerade einfach random im Push die Kamera geswitcht? Was? Ja! Ich hab drauf geachtet! Okay! Steigen raus, Steigen raus, Steigen raus! Schalt auf den Letzten! Schalt auf den Letzten! Oh! Digga, was hat der für einen Aim? Hey, Steigen ist der Beste! Weil ihr Scheiße seid! Verpisst euch jetzt von mir, ihr Scheiße! Ihr wisst ja gar nichts und jetzt nicht! Steffen, Steffen! Oder? Ja, verhalten! Mädchen spielt Maustastatur? Ja, ja! Ja, ja! Na! Sogar, Mann, Digga! Verpisst euch den COD! Verpisst euch den COD! Jetzt kommt meiner Meinung nach einer der geilsten Clips! Er rennt einfach runter, Digga! Hast du Stummonie? Hast du Stummonie? Hast du Stummonie? 500 Schuss! 500 Schuss! Nimm dir! Du bleibst jetzt hier, du kleiner Bastard! Ich bleib bei dir! Ich bleib bei dir! Ich bleib bei dir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dann nehme ich wieder! Pff! Das komplette Team! Das komplette Team ist da gestorben! Okay, das gewinnt! Digga! Hilfe! Das komplette Team stirbt bei diesen Scheißreifen! Ja, ey! Ich will die speichern! Ich komm nicht! Ich fliege weg! Oh mein Gott! Digga! Einfach alle drei sind gestorben! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war so los! Sie ist auch noch die Letzte, die lebt! Chip! Ey, Klippen! Das war so los! Komm, hol dir! Gön dir! Ich kann nicht mehr! Okay, Klippen, Leute! Klippen! Oh Gott! Das war auch geil! Der war auch geil! Bin ready! Digga! Ich hab... Oh ne! Digga! 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 Also! Hugo bis jetzt! Mert! Medi! Und wo alle sterben! Sind für mich die Favoriten, die vier! Bis jetzt! Wie ist der Knopf nochmal? Digga! Drop ihm alle, Bruder! Drop ihm alle! Wie ist der Knopf? Ich hab noch ein bisschen... Gib mir alle, also! Junge, ich freu den Kopf! Weg aus! Einfach rausziehen! Welcher? Wie komm ich ins Inventar? Er macht nur Mobile Games, ne? Digga! Wie komm ich ins Inventar? Das war auch geil! Merze voll gebrochen! Dachte schon, er ist tot! Stark! Du bist ein Moslem! Du bist ein Moslem! Du bist ein Moslem! Du bist ein Moslem! Äh... Robbob, danke für 15! Danke für 15, Robbob! Kuss! 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 Vielen Dank, mein Freund! Weißt du, was das Herzen ist? Wie kriegst du dieses Geld? Indem du ein Kinderspiel spielst und dich in einem Gebüsch versteckst! Dann kriegst du das Geld, Bruder! Es hört sich verrückt an, aber es ist so! Es hat nichts mit Elm zu tun, gar nichts! Du musst in ein Kinderspiel reingehen und dich einfach im Gebüsch verstecken! Ich liebe dich! Töte ihn! Töte ihn! Einer noch! Einer noch! Nein! Let's go! Digga! Let's go! Digga! Let's go! Digga! Digga! Da haben sie den Ring geholt, ne? Weil ich behörte... Äh... Jan ist ein für fünf! Hier, Bunker! Hier, Bunker! In Bunker! In Bunker! In Bunker! Nein! Ein Bunker! Was labert denn? Eldor für ne Scheiße, Digga! Die sind eins gegen drei! Er sagt, ich checke gar nichts, Digga! Aber Eldor ist mit Earnings rausgegangen! Das ist das Video von Daga! Aber da fehlt Papa-Platte! Da fehlt Papa-Platte-Clip! Papa-Platte! Also ich hatte fünf Favoriten! Papa-Platte! Da, wo das ganze Team gestorben ist! Ja! Medi! Also der letzte Clip, ja! Ja! Medi! Ja! Welcher Medi-Clip? Wo er so durch die Gegend rennt und dann... Und dann das Karma kassiert! Und dann Karma kassiert! Direkt danach, eine Sekunde später! Hugo! Und noch... Und äh... Echt? Hugo? Das fandest du so gut! Ich fand Hugo lustig! Um das da mit reinzunehmen! In die Top 5! Ich fand's witzig, aber ich fand's jetzt nicht so... Mit Pippi, dass er so reinkommt und so scheiße labert! Und Riesen rumschreit! Okay, dann nehmen wir ihn mit rein! Einfach mal in die Top 5, damit wir so eine Auswahl haben! Ey, ihr müsst euch überlegen! Das war auch so... Random einfach! Also unwahrscheinlich in so einer Situation! Du musst laut machen! Ah! Wir brauchen noch eine! 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 Wo ist denn? Finishing! Komm mal nach hinten! Links unten! Links unten! Mann Junge, was ist mit ihm hier? Du sollst dich mal verpissen, Digga! Junge! Digga! 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 Er nervt so hart! Völlig dumm einfach! Übrigens, Chat wird's morgen wahrscheinlich frühestens Stream geben, weil ich abends zum Training geht bei D-Day Sports! Crack das Reason! Zwei Noobs! Zwei Noobs! Zwei Noobs! Oh Reason! Alle Dance und Reason, Bro! Deum! Deum! Einer unten! Weit, 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 du Jungs! Ich hab einen! Hunderter! Ja, ich hab noch einen! Jalla! Ich bin der Bomber! Ich bin der Bomber! Er ist tot! Er ist tot! Digga! Digga! Man ist ja komplett verrückt! Geil! Okay! Mod-On wieder raus! Der Noten hat Reason geschrieben! Von links! Von links! Kann einer mich holen? Komm! Soll ich die naden, Bro? Ja, ja, ja! Drei Nades! Du hast drei Spare! Du hast Splashies! Nein! Ah! Er wollte die Nade schmeißen! Egal! Da kracht's! Oh! Schön zwei Splashies, um deine Festung kaputt zu machen! Let's go! Da kracht's! Woah! Was ist der da? LOL! LOL! Was passiert? Der hat Granaten ins Haus gespissen! Statt ins Sprinkler! Haha! Denklar! Da waren die irgendwo Gegner, ja! Da kommen, die kommen, die kommen! Bro, du musst da weg! Jeder weg, jeder weg! Die pushen mich, die pushen mich! Hey, hey! Du musst da weg! Ne, ne, ne! Boah! Wo kommen die her? Ja! Ja! Mann! Bei den kratzt komplett! Ja, aber das ist ja nicht Lost, oder? Das sind normale Kids! Das sieht mich! Nein, das sieht mich nicht! Das sieht mich nicht! Das sieht mich nicht! Denklar! Warum versteckt sie sich immer nur? Ich denke, warum versteckt sie sich immer nur? Ich denke, ich glaube, die Mods von Uwe haben einfach alles geklippt und haben einfach alles hingesteckt! Oh mein Gott! Das ist halt normal! Hä? Was soll ich denn machen? Wer sind denn hier? Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist so... Oh mein Gott! Die Sterben an Bots! Die Sterben an Bots! Und das ist das, was ich meine! Da kommt halt der Fisch und fickt die! Oh nein! Falsch an! Oh doch nicht! Hey! Digga, was hat der für ein Aim, Bro? Was ist dein Main Game? Fortnite! Fortnite ist dein Main Game? Aber halt eher so, was sind die Updates und sowas, weißt du? Aber krass, also der ist immer drauf, Bro! Oh mir, oh mir! Nice, nice, nice! Digga! Krass! 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 Oh! Oh! Und dann haben wir wieder Uwe einfach immer weggekleppt! Noch einer low? Woll ihr runter? Ja, ja, ja! Aber ich sage auch, bei Uwe ist alles ein Highlight, Digga, weil es einfach komplett verloren ist, Digga! Es ist komplett verloren, ich lief's! Sehr, 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 sehr! Wie konnten die am ersten Tag die ganze Zeit Top 5 sein? Die waren echt weit... Nein, ich wusste... Oh, ich glaube, der schreibt es... Warte, warte, warte! Es ist so lustig, dass sie immer alles will! Mist, Malle! Es ist so witzig, dass wir jedes Mal! Da haben sich zwei gefunden? Digga, ich hab kein Bock mehr, Digga! Warum ist uns jedes Mal dieser dicke, fette Shanti, Digga? Scheiß Drecksau! Im Klaus, ne? Okay, wir gehen auf dich! One key, one key, one key, kick, 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 kick! Komm mal, Danny! Oh, Danny ist, Danny ist gut mir leid! Wir müssen töten, Jungs! Ich mach auch! Ich mach es rechts zu! Richtig, 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 richtig! Digga, er ist der Beste! Scheiß doch, scheiß doch, scheiß doch, scheiß doch! Wow! Er trifft jede Kugel! Beide hier, beide hier! Einer ist blau hinten schon, beide Mandy! Ne, loslassen! Sehr gut, Mandy! Ist das nicht Mandy, aber ja? Oh! Hier ist ein Shield-Springler, nehme ich mit, anstatt eine... Oh! Das ist Biggie! Hier sind Mini-Bullets! Ah, ist mir runtergefallen! Blaue Uzi hast du ja? Oh nein! Nein! Wir haben gute Nails kassiert! Wir haben gute Nails kassiert! Ja, links ist halt voll oben oben! Haben wir noch einen Busch? Nein, nein, haben wir nicht! Wir müssen ein bisschen abschicken! Ja, ja, fuck die, ja! Wir brauchen einmal einen Siegesstrahl, okay, okay? Ja! Hau! Eldos? Geht besser! Zeig mir dein Kriegsgesicht, Eldos! Ja! Schrei mich an! Komm an, mein Stück! Der ist kaputt! Wir brauchen noch... Ich bin jemand, der was entdeckt hat und ich hab da was entdeckt. Digga, ist sehr unangenehm, ne? Ich schwöre es dir, die Zone wird in Richtung dieser Insel da hinten gehen. Ich hab so ein Gefühl, diese Insel ist was Bedeutendes. Ich hab nichts gesagt, alles gut. Ich find, Hugo sieht auch irgendwie immer so verplant aus. Was ist das? Riesel. Was macht dein Riesel für? Schieß mal den Bot an! Schieß mal den Bot an und er soll mich anschließen! Komm! Du musst auch treffen! Bruder! Ich muss sterben, ich muss sterben, ich muss sterben, ich muss sterben. Ja, aber du musst schon in unserer Nähe, glaub ich. Das sind wir gefickt. Digga, Rie. Komm mit, Rott, komm mit! Hälte dich! Hälte dich! Hälte mich durch! Du gehst das Verficktes Highlight-Video! Hälte mich durch! Hälte mich durch! Ey, leg nach! Ich fälke dich! Hälte mich! Hälte mich! Hälte mich durch! Hälte mich durch! Der ist auch gut, Digga, das war gut. Auf welchem Ballon? Ich seh's nicht! Der steht schon hoch. Ta-da-da-da-da! Hab ich geh! Hey, ich glaub... Ich hab's da! Ich hab's da! Ich hab's da! Letze! 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 Ich hab's! Oh, wie ist das? Komm, komm, komm! Stuck, wirst! Bura! Warte, warte, warte! Stuck! Süd! 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 Dega! Über dir, über dir! Nein! Wie ist das? Was ist das für ein Streaming-Hintergrund? Bitte, das sieht aus wie ein Ärzte-Warte-Zimmer. Ein Display, so ein Hocker und daneben so ein Stuhl. Bro! Auch wenn ihr umgezogen seid, es ist geisteskrank. Irgendwann, dieser eine Display, das würdest du nicht retten. Das ist geisteskrank, der Streaming-Hintergrund. Sein Kollege hat mir hergefühlt. Bro, das ist ja so... Also... Das ist ja schon seit drei Wochen so. Ja, das ist seit drei Wochen so. Da fehlt nur noch ne Zeit, okay. Hauptsache der Türrahm ist beleuchtet. Wirklich, Digga, der beleuchtete Türrahm. Aber warum wollt ihr... Weil irgendwas bugged bei dir? Irgendwas ist gebugged. Guck mal, du siehst ja, er hat keine Waffe in der Hand, gar nix. Er kann die ganze Zeit nur so rumlaufen. Ja, wir müssen rooven. Hallo! Hallo! Und so einer wollte 20 Subs von mir. Ich hab so viele Splashes, wie ich überleben kann. No joke, jedes Haus. Quick, trick. Ich hab mich rebooten, Jungs. No joke, wenn ihr euch schon mal ne Karte geht, ihr müsst ein bisschen Strong tanken reinmachen. Wo soll der denn den Rebooten, ne? Da leben noch 40 Leute auf der Zone. Jetzt, 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 jetzt! Ihr müsst beide untergegen uns eigentlich durch Splashen. Ja. Digga, das ist ein komplettes Todmannskommando. Jaja, du musst dich Splashen. Alles cool. Du musst dich Splashen, du musst dich Splashen. Ja, du musst dich zeigen, Digga. Nein, oder? Das ist geil, das ist geil. Also, ich fand da, am zweiten Tag, aber das ist weniger, ja. Aber ich glaube, die hatten auch nicht so viel Zeit, das alles rauszusuchen. Ja, stimmt. Aber da würde ich sagen, Reason Clip schon. Wie er da nicht gekillt wird. Chef Popel, da hab ich nicht ganz genau... Waren Coole dabei, aber wir müssen jetzt so die Besten raussuchen. Du hast den falschen Tag aus, nur zum Rebooten. Zwei! 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 Nice! Ich mach den Push erstmal hier! Und er ist drauf drauf! Hoch, 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 hoch! Fick sie, fix sie! Stegga, pig! Stegga! Im Haustrim, im Haustrim, im Haustrim noch der letzte. Irgendwo hier drin. Über uns, über uns, über uns, Jungs, kommt hoch, kommt hoch, kommt hoch, hier muss Clapt dann hier! Bei mir, über uns, Mati, mach kaputt, mach kaputt! Ah, eben, ab der Feld runter, der Feld runter, hier bei mir! Jungs, 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 jungs! Low, 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 low! Ich hab ihn! Das war peinlich! Ihr Mockt! Stark, sehr stark. Wir können ja mal eine Abstimmung machen zwischen diesen beiden Clips. Einfach so, um zu sehen, was die machen. Weil bei dem Ding ist bei mir auch 50-50, um ehrlich zu sein. Das ist schwierig. Weil hier ist das Lustige, Dieter beleidigt Mert, Bro. So ein Rapper, der schon auch lange Rapper ist. Dieter beleidigt ihn als Bastard in dieser Situation. Er sagt, du bleibst jetzt hier, du Bastard. Du kleiner Bastard, hat er gehört. Du kleiner Bastard. Und Mert sagt dann sogar noch, okay, ich bleib jetzt bei dir. Ja, es passt halt überhaupt nicht rein. Gar nicht. Und bei Papa Platt, da fand ich das so lustig. Weil das so random ist. Er konnte es nicht beeinflussen. Voll Zufall, so dummer Zufall. Wir gehen jetzt erstmal rein in den ersten Clip. Abstimmung ist schon, okay. So ein Mal, was da so geht. Ja, da ist auch 50-50. Ich weiß nicht, ob das was wird hier. Komm nicht, komm nicht. Du bist verrückt, Digga. Du bist verrückt. Bruder, ich... Er rennt einfach runter, Digga. Er läuft schon wieder runter. 500 Schuss, 500 Schuss. Du bleibst jetzt hier, du kleiner Bastard. Ich bleib bei dir. Ich bleib bei dir. Nimm mir jetzt hier die Minis, bevor ich ausraste. Ja, gib hör. Digga. Das ist schon, Digga. Also, die Term... Also, Bro, das passt halt überhaupt nicht. Ich muss mir den Clip sogar downloaden. Digga. Ich download mir den Clip. Ich werd mir den, wenn ich traurig bin, reinziehen. Kleiner Bastard. Wenn ich traurig bin, wenn ich mir diesen Clip reinziehen. Und du nimmst jetzt Minis, bevor ich ausraste. Der Typ hat ihn als kleinen Bastard auch so in nem Fortnite-Turnier-Chat. Das ist geisteskrank. Machen wir das hier. Guckt ihn euch an. Also, es kracht wirklich. Ich kann das nicht. Das ist seine Reaction, oder? Das ist die Reaction. Du bleibst jetzt hier, du kleiner Bastard. Ich bleib bei dir. Ich bleib bei dir. Ich bleib bei dir. Nimm mir jetzt hier diese Minis, bevor ich ausraste. Ich hab das gar nicht gehört. Ich hab das gar nicht gehört. Er hat aber ein Bastard gesagt. Du bist verrückt, ey. Er hat das erste Mal in seinem Leben zu dem Auslander Bastard gesagt. Ich find's lustig, wie er darauf reagiert. Ja, er ist schon chillig. Er hat das erste Mal in seinem Leben zu dem Auslander Bastard gesagt. Ich find's lustig, wie er darauf reagiert. Ja, er ist schon chillig. Er ist schon lustig. Er ist schon lustig. Papaplatte. Mit dem most random Clip dieser Erde, glaub ich. Ich weiß es auch nicht. Also, das dauert immer. Pass. Ich find auch die Reaction von Papaplatte lustig. Ja, das stimmt. Dass du so auf ihn zeigst, was will er denn? Und so, wie er nervt. So anstelle, dass er so weiterschönt und weiterschönt hat. Ja, ja, ja. Digga, was willst du denn? Und dann ziehst du dann wieder weiter. Ja, das ist auch lustig. Sehr gut. Finish, 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 finish. Er braucht noch eine, eine, eine. Wo ist die Finishing? Komm her nach hinten, Papaplatte. Komm her nach hinten. Ist tot, ist tot, ist tot. Links unten, links unten. Mann Junge, was ist mit ihm hier, Digga? Was ist der vor uns, Digga? Wer soll sich mal verpissen, Digga? Junge. Digga, was macht der denn? Bruder, verpiss dich. Natürlich passiert uns. Digga, er nervt so hart. Ist beides sehr, sehr, sehr. Ist beides lustig. Kannst du dich miteinander vergleichen? Nee. Aber ich sag dir jetzt vorne raus, so. Es war auch beides. 50 bei der Abstimmung. Bei der Abstimmung hat Dingsler gewonnen, Mert mit 53 Prozent. Und ich sag auch, ich fühl mich mehr entertaint von diesem Clip. Muss ich einfach sagen. Es geht nur ums Entertaining. Und da fand ich, dieser Clip hat mich am meisten entertaint, Bro. Was muss in Dietrichs vorgehen, dass er ihn so... Also das fand ich einfach geil, die Situation. Er ist komplett verloren. Also ich würde auch zu 100 Prozent... Beide gut. Ja. Beide unglaublich krasse Clips, Real Talk. Und würden wir nicht die ganze Zeit alles aus eigener Tasche noch dazu zahlen? Würde ich sogar einfach sagen. Beide Preisgeld. Aber, Real Talk. Ich bin komplett bei Dietrichs, Mert und Nassim Boujelab, muss man ja auch sagen. Stimmt. Die kriegen die 600 Euro von meiner Seite aus. Und Papa Plattes Team geht dort leer aus. Obwohl die... Ich würde es denen auch gönnen, weil die haben auch null einfach. Aber ich würde es denen auch sehr gönnen. Es ist ein sehr witziger Clip. War echt witzig. GG´s rein, Chat. GG´s rein. Genau. GG´s. Sprecher zuه. Gestern. स